Musik Alle Zuhörer des Podcastes hier von Baywatch Berlin sind jetzt Zeuge von dem einen Moment, den normalerweise keiner mitbekommen soll. Und dann, wenn der ausgepowerte Clown, das halbtote Pferd, noch geschmückt und gestriegelt und noch bunte Perlen in der Mähne, wieder durch das Tor verschwindet, wo darüber noch die Band spielt, aus der Manege raus und wieder zurück in den traurigen Zirkusalltag, wenn eben keine Vorstellung ist, zurücktrabt. Und das Pferd, in diesem Bild bin ich. Die Traurigkeit ist tatsächlich da, die muss ich mir gar nicht metaphorisch erarbeiten, sondern es ist genauso traurig, als wenn ich aus einem Zirkuszelt heraus auf so einen halbgefrorenen Acker zu meinem halbkaputten Wohnwagen wieder zurücktrabe und irgendwo irgendwie altes, mattiges Stroh esse. Denn wir haben gerade eine Show aufgezeichnet. Ich habe vier Stunden lang mein bestes Showmaster-Lächeln aufgesetzt und jetzt verfalle ich zurück in die völlig branchenübliche Depression. Ich bin jetzt der kaputte, fettige Typ mit den zwei Plastiktüten, der noch das Buffet abräumt und dann irgendwann halb besoffen ins Hotel wankt und von seinem Manager zugedeckt wird. Ja, wir sind hier tatsächlich in München, in den Bavaria Studios, haben Joko und Klaas gegen ProSieben aufgezeichnet, so ähnlich wie Klaas das gerade berichtet hat. Mein kleines zugehangenes Pferd, das habe ich mir irgendwie gemerkt. Und ansonsten, wir sind hier im Backstage-Bereich und es sieht aus wie im Teppichladen um uns rum. Ja und zum ersten Mal können wir den Zuhörern guten Abend sagen, während wir ja sonst morgens früh im Büro von Florida aufzeichnen, wie du gerade richtig sagst, hier in einer zum Studio hingemotzten Gästekabine auf. Hier ist ein langer Tisch und was ist das, Konstantin? Konstantin und Christian sind die Leute, die uns kultig hier in den Podcasts reinkriegen, technischer Natur. Und die haben hier so extra alte Teppiche aus Berlin mitgebracht, haben die hier über Garderobenständer gehängt, sodass irgendwie so schallmäßig was entsteht. Da haben wir früher alle unsere Alben aufgenommen. Das haben wir alles in die Hansa-Studios gepackt und dann haben wir noch richtig handgemachte Musik gemacht. Dann haben wir da die Plax da reingesteckt und dann haben wir noch richtige Stromgitarren angeschlossen und richtig rumgescheppert. Da haben wir alles noch live aufgenommen und nicht mit dem ganzen Klicker-Klacker aus dem Internet. Da haben wir auch unsere alten Teppiche aufgehängt, damit der Sound richtig schmatzig ist. Ja, also wenn ihr den Ton als besonders gut und gelungen empfindet, dann dank bitte Konstantin und seinen alten Fußmann hier. Hast du schon gesagt, welche Show hier gerade aufgezeichnet? Nee, das hat aber der... Hast du gesagt, ja. Hörst du mir nicht zu. Nee, ich hab's nicht genau verstanden, hab du's gesagt. Wir sind alle in unserem Aufmerksamkeitsbereich und deswegen plädiere ich dafür normalerweise, heute eine Ausnahme, wir reißen uns zusammen, geht ja. Ja. Aber normalerweise sollten wir das morgens machen, weil man da eben noch nicht so kaputt ist. Nein, nein, nein. Man ist noch nicht so vollgeschossen mit Schrott. Nein, das ist jetzt viel besser. Wir werden mal sehen, wie ich jetzt aufdrehe. Ich bin auf 100. Auf 100. Ich bin auf minus zwei. Ja, das ist keine One-Man-Show. Ich hab schon alles an Glückseligkeit rausgeschossen. Stell dir mal vor, ich bin so ein kleines Glücksbärchen. Wir können das jetzt machen mit einem Feierabendbier. Ja, aber pass auf, da erzähl ich euch gleich auch noch was für. Stell dir mal vor, ich bin so ein kleines Glücksbärchen. Und dann hab ich so auch einen Bauch und da steht zum Beispiel drauf, was ich gut kann. Bei mir ist so ein Smiley drauf, weil ich bin ein Fernsehunterhalter, ich bin Entertainer und die Glücksbärches, die schießen da immer so praktisch Vibe, schießen die aus ihrem Bauch raus und ich hab jetzt vier Stunden durchgeschossen. Ja, da ist nix übrig mehr, ne? Es ist ein bisschen das, warum ist in der Fernsehbranche das Prinzip Drogen und überhaupt Betäubungsmittel, warum ist das so angesagt? Weil man ähnlich wie in einem Kokainrausch wahrscheinlich seine ganzen Endorphine verschießt, weil man natürlich unnatürlich gut drauf ist. Man fühlt das in dem Moment, das ist nicht gelogen oder so, aber man ist natürlich in einer höheren Schlagzahl, als man an einem normalen Abend jetzt gute Laune verbreiten würde, ist man so drauf und irgendwann sind die Schubladen leergefressen, wenn ihr versteht, was ich... Naja, und du erzählst ja in der Fernsehsendung immer, oder gerade in der Fernsehshow, immer nur das Besondere, ne? Du reißt ja das Besondere an das Besondere, das Außergewöhnliche als Außergewöhnliche und wenn du damit in der guten Laune dann so durch bei du warst, da ist nach vier Stunden, ja, verständlicherweise ist nix mehr da. Also jetzt, das war jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen das Klischee, was man immer sagt, in Wahrheit ist das überhaupt nicht so. Das ist nicht so? Ne, das ist das, was man immer so denkt, dass tatsächlich diese Leute, die gehen da so hin, die Künstler und die zehren sich so aus und die sind so aus jeder Pore, kommt dann so diese Leidenschaft, Künstler zu sein im Fernsehen, die Leute zu unterhalten, danach ist nichts mehr über von ihnen, sie sind dann praktisch nur noch eine leere Hülle, die mit nichts mehr gefüllt sind. Das ist alles nur so eine Laberei. Das stimmt nicht. Das war eigentlich he, dass ich geglaubt habe. Wenn auch so Musiker, die irgendwie auf Tour waren, wenn die heimkommen und danach ist Scheidung angesagt, weil sie mit dem Alltag nicht mehr klarkommen. Das liegt an was ganz anderem. An was? Naja, das ist halt das sogenannte, das gibt es auch im Theater, das heißt, im Theater gibt es zwei Punkte, die schwierig sind, auf einer Tour auch. Das ist einmal das Premierenloch. Das ist, wenn du sechs, acht Wochen probst, durchprobst, einen strukturierten Tag hast, auf dieses eine Event hin und alles ist ganz wichtig, dass das da klappt. Und dann klappt es auch, dann ist es alles ganz toll und dann ist natürlich irgendwann um elf ist die Vorstellung vorbei, dann sagen sich alle noch Tschüss und dann setzt die große Lehre ein. Weil auf einmal das übergeordnete Ziel, was jeden Tag eigentlich so ein bisschen als Zugkraft gedient hat, ist dann nicht mehr da, weil es sogar, wenn es geklappt hat, ich habe, Josef Harder wurde mal gefragt, ob er sich auf seine Filmpremiere freut und hat gesagt, nein. Dann haben wir gesagt, ja warum denn nicht, weil er gesagt hat, am nächsten Tag ist ja dann keine Filmpremiere mehr. Also wir normalen Leute, wir kennen das nach dem Abi. Ich habe mir da ein Jahr eingeredet, dass ich in so einem Premierenloch gewesen wäre und ich war einfach nur stinkfaul. Ich habe das CV vor mich hingeschoben, ich wollte mir keine Gedanken machen, was ich eigentlich mal werden will und so. Und ich habe einfach gesagt, das ist so Premierenloch. Ich habe da so auf dieses Abi, da 13 Jahre habe ich da drauf hingearbeitet. Dann ist es da und dann ist man leer. Ich habe mir das zunutze gemacht. Hey, man kann das ja auch machen, aber ein zweiter Punkt ist natürlich noch bei großen Touren oder eben auch bei Filmproduktion, von mir aus auch bei Theatersachen vielleicht auch ein bisschen. Da ist man natürlich noch ein bisschen mehr auf sich selber gestellt, weil einem da die Selbstständigkeit nicht vollkommen abgenommen wird. Aber es gibt natürlich auch an diesen Tagen als Theaterschauspieler so einen klaren Kompass, dem man folgen muss. Und das ist in der normalen Selbstständigkeit, in der man sich da eigentlich befindet, den Luxus hat man ja eigentlich nicht, dass man so eine Struktur übergestülpt bekommt. Und das hilft natürlich. Bei Touren, je nach Erfolg, wird einem natürlich auch viel aus der Hand genommen. Also ich empfinde zum Beispiel, wenn wir mit Gloria auf Tour waren, das ist jetzt natürlich nicht jetzt so eine riesen... Sind jetzt nicht die Foo Fighters. Sind nicht die Foo Fighters. Aber finde ich gut, dass du es dazu sagst, Klaus. Dass einfach auch die Zuhörer jetzt das einordnen können. Sagen so, Gloria, wie groß sind die noch? Sind das nicht die deutschen Beatles? Nein! Also sind nicht ganz die Foo Fighters. Also nicht jetzt falsch vorstellen, liebe Zuhörerinnen. Nein, aber ich will einfach nur dazu sagen, dass selbst da, wo wir ja viel an Selbstständigkeit haben... Du warst doch lange mit Nirvana, warst du doch an den Drums, oder Klausi? Halt die Schnauze jetzt, blöder Affe. Und es ist aber so, dass selbst da ist es so, dass du einen Tagesablauf hast, der total einfach ist. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, dann musst du ja alles wieder selber machen. Und ich glaube, es gibt welche, zu denen gehöre ich nicht, die dann da sitzen, der Kühlschrank ist leer. Und dann heißt es, so, jetzt gehen wir mal los und kaufen Klopapier. Das geht mir aber auch so, deswegen liebe ich es, wenn wir jetzt in München sind, dann sind wir alle im selben Hotel. Und das Schöne am Hotelleben ist ja tatsächlich, dass man sich um nichts kümmern muss. Erstens kommen keine Briefe. Ich hatte jetzt erst wieder den Gerichtsholz hier da, weil ich da was verbummelt habe. Dann stand da, ich habe sie leider nicht angetroffen, beim nächsten Mal knallt. Und das ging um 35 Euro. Und dann habe ich den angesagt, das tut mir leid, ich bin ein super unordentlicher Typ und ich würde Ihnen jetzt die 35 Euro einfach überweisen. Bitte kommen Sie nicht. Aber das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich so. Da war der Gerichtsholz hier. Ich war schockiert, deshalb habe ich dir überhaupt nicht zugetraut. Doch, doch, das ist schon auch so. Das gehört auch zu mir. Kann ich kurz erklären, wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ich lege solche Briefe, solche sogenannten wichtigen Briefe auf meinen Schuhschrank im Flur. Aber wenn die da einen Mitbewohner in meinem Haushalt wegtut, in die graue Kiste, dann ist sie natürlich aus dem Sinn, dieses Schreiben und wird niemals bezahlt. Und da bin ich mit einem Fuß im Knast, weil da meine Ordnung nicht befolgt wird. Weißt du was, mein Hauptproblem ist zu Hause, ich muss immer die Strafzettel von meiner Mutter bezahlen. Wie kommt das denn? Weil das Auto ist auf mich angemeldet. Das sollte andersrum sein. Ja, und ständig rufe ich die an und sage, Mama, kannst du nicht einmal einen Parkstein irgendwo lösen oder vielleicht mal ein bisschen langsamer fahren? Das sind komplett umgedrehte Rollen und sie fängt dann auch an, da so rumzustammeln, so, ja, weil das war kein Parkautomat. Ich sage, natürlich ist da ein Parkautomat, ich wohne da ja. Klar ist da ein Parkautomat. Ja, der war kaputt. Ich sage, ja, dann 50 Meter weiter ist noch einer. Und so, und dann kriege ich immer den ganzen Mist da, irgendwelche 10-Euro-Dinger, die natürlich nerven. Teil. Klar, Sie fahr jetzt nicht den Schingel ab, fragen an den Prominenten, den denken wir uns jetzt einfach. Ja. Ich habe eine Frage an dich, weil du sagst ja jetzt gerade so, das ist ja, wenn man dann hier so in so einem Trott drin ist von Shows und da wird man überall betütelt. Könnte es sein, dass das für dein ganzes Leben gilt und zwar schon seit Jahren? Denn du hast gerade berichtet, dass eine aus deinem Management ist eine Dame, die sich so ein bisschen um deinen Alltag kümmert. Die ist krank. Ja. Nee, das ist nicht krank, ist im Urlaub. Im Urlaub. Ja. Und kann es sein, dass du deswegen fast einen Flug verpasst hast oder wie war das? Nee, nee, das war anders. Nee, da hatte jemand vergessen, mich einzuchecken. Ja, genau, es ist so ein bisschen kompliziert. Also ich will das jetzt kurz mal, gehen wir mal zwei Schritte zurück, ein bisschen die Draufsicht aufmachen. Es ist natürlich so, dass wenn man relativ viele Sachen gleichzeitig macht und so, dass es immer gut ist, wenn einem einer dabei hilft. Was machst du denn noch außer Fernsehshows? Ich mache sehr viele. Nee, lass doch mal ganz kurz, also wir wollen es ja so ein bisschen aufrollen, ne? Steuer. Du hast ja ganz, ganz, du hast ja ultra viel auf der Uhr, ne? Du hast ja einen Tagsablauf, wo man sagen muss, die musst du irgendwie praktisch unter einen Hut kriegen. Du hast ja praktisch Late Night Berlin. Ja, montags. Und dann, ähm... Nee, jetzt, also du hast Late Night Berlin, das ist immer montags, das ist fest. Dann kommt dazu... Och, du bist so ein, du weißt ganz genau, dass ich dir jetzt nicht meinen ehrlichen Tagesablauf hier erzählen kann, weil mir das viel zu privat ist. Ich kann euch jetzt nicht auflisten, was ich alles mache, das weißt du ganz genau. Es geht los mit Late Night Berlin, dann kommt, im Sinn kommt dann... Du bist doch nicht einer von denen, die denken, der Moderator von der Sportschau arbeitet einmal samstags und das war's. Er fährt noch bei DLM, die... Ah, nee. DLM, die... Nee, auch nicht. Was macht ihr denn so? Warum machst du denn einen Monat deinen Briefkasten nicht auf? Warum kommt bei dir der Gerichtsvollzieher? Ihr habt ja noch gar nichts zu tun. Das ist ein Beißreflex, das ist jetzt richtig. Ihr seid ganz normale Angestellte seid ihr. Ihr habt ein Beamtenleben wie Stromberg, wie bei der Versicherung. Was wollt ihr von mir? Deswegen kennen wir das auch gar nicht, dass einem so zwei Wochen alles abgenommen wird und dann fällt man in ein Loch. Bei uns wird nie irgendetwas abgenommen. Wir müssen jede Kacke selber machen. Wir wissen auch, wie die Wallet-App funktioniert und wie man sich ein Flugticket runterlädt und sich eincheckt. Das passiert mich einfach so klar. Von Hand! Es ist so geil, wie stolz ihr darauf seid. Klar weiß ich auch, wie so eine App geht, aber ich muss es halt nicht machen. Wie stolz ihr darauf seid, dass ihr euren ganz normalen Kram hinkriegt. Ich würde das auch schaffen, aber warum? Es gibt doch keinen Grund. Was ich eigentlich sagen wollte, war... Ich würde mich da hinsetzen und irgendwie so Formulare ausfüllen und so ein Krims-Kram. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man wie Udo Lindenberg im Hotel wohnt, weil du musst nicht dein Rührei selber machen. Du kannst keine Post empfangen, es geht einfach nicht. Du gehst da rein, pennst, glotzt lange Fernsehen, nächsten Morgen wirst du aufgeweckt, kriegst da dein Rührei und losgeht. Nein, wenn du im Hotel wohnst, kommt natürlich die Post irgendwann dahin. Ach echt? Man kann abhauen, man kann abhauen. Man kann einfach so, ich kenne auch Leute, die wir alle kennen, die sind dann einfach mal mehrere Wochen im Hotel und dann kommt halt nichts dahin und das ist dann so, die sind dann weg von der Welt, die sind dann wie verschluckt und dann sucht man die und dann findet man die nur anhand, sagen wir mal, der nachgezeichneten Route des Sixt-Autos, was noch irgendwo vollgebildet in der Straße steht und dann merkt man, okay, wenn hier das Sixt-Auto ist, dann wird er wohl in dem Hotel sein. Wisst ihr, dass unser Kollege, unser geschätzter Kollege Sebastian Krage, der wurde von Beamten angerufen, von der Polizei und wurde gefragt, ob er tot ist. Ja und hat er gesagt, ja oder nein. Ob er vor kurzem verstorben ist. Was, warum? Weil er irgendwie, er hat sein Auto geparkt und ähnlich wie du auch so ein bisschen verbummelt und dann ist ganz viel Laub drauf gefallen und so und es war ein richtiger, irgendwann ein richtiger Schrotthaufen und keiner hat den weggeparkt. Man muss, Basti ist so ein Typ, wenn ein Problem auftaucht, da gibt es zwei Menschentyper, da gibt es Typ A, der sagt so, Problem analysieren, klären, aus der Welt schaffen und dann gibt es Typ B und das ist Typ Basti, sagt erstmal, ja, jetzt war folgendes passiert, die Batterie war leer von dem Auto und sagt, uh, es ist halt die Batterie leer, da sag ich, Basti ist gar kein Thema, du rufst an, die bringen dir eine mit, schließen das sogar vor Ort an und dann ist das erledigt und dann kannst du wieder fahren mit dem Auto, du kannst zur Arbeit fahren. Ja, also, ich würde mich jetzt erstmal die nächsten Wochen so durchschlagen und das erstmal, das erstmal da so parken und das parkt da, das parkt da. Das? Das parkt da. Das war jetzt kein billiges Auto. Nee, das ist ein gutes Auto. Das parkte da so lange, bis die Polizei angerufen hat, ob er tot wäre. Das Auto? Ja. Ja. Das ist ein gutes Auto. Aber das kann man ja auch verstehen, wenn die Batterie alle ist, ne? Ja, willst du ja machen. Dann fährt das halt nicht mehr. Aber das kenne ich von anderen Gegenständen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so, ich habe zum Beispiel relativ viel so Handys, ne? Ja. So irgendwelche, die noch über sind, ne? Und im Prinzip gehen die, aber ich tue die dann in so eine Schublade zum Beispiel rein, in so eine Kramschublade, wo so alte Schraubenzieher rumliegen, ne? Kennt ihr so Schublade, wo man nicht mehr weiß, welche Batterien sind jetzt voll und leer? Ja, kennst du mich auch. Und man tut die natürlich nicht ganz normal im Müll, sondern man hat so eine Schublade, da mischen sich die voll mit den leeren Batterien. Dann hin und wieder, wenn man irgendwo ist und sieht so einen Block Batterien, kauft man die noch, tue die da auch rein, dann nimmt man da zwei raus, die anderen purzeln dann so raus und dann vermischen die sich. Da ist auch immer Auslandsgeld drin. Stimmt, ja. Da sind ja aus Indien noch die. Und dann sind da noch, ist da noch so, sagen wir mal, so eine aufgerissene Packung Powerstripes. Drei sind benutzt. Und dann Gebrauchsanweisungen sind auch mal drin. Gebrauchsanweisungen und meistens ist das noch irgendwie so, dann noch so Blumendraht oder irgendwas, was man da irgendwo brauchte, ne? So, genau. Und in dieser, in diesen Schubladen, da tue ich immer so technische Geräte rein, also zum Beispiel Handys. Und nach so einem halben Jahr denke ich, die sind kaputt. Weiß ich nicht. Irgendwie kommt das dann so über mich, dass ich denke... Warum pustet die denn überhaupt da rein? Ja, irgendwo müssen die da hin, wenn ich die nicht mehr brauche. Wie viele hast du denn? Vier? Fünf? Aber es sind ja alte. Alt heißt wahrscheinlich so iPhone 11, ne? Ne, das ist ja das Aktuelle. Heute wirst du gekriegt, du merkst es. Pro, iPhone 11 Pro ist das Aktuelle. Habt ihr irgendwie was, hab ich euch was getan oder so? Ne, gar nicht. Ne, ich weiß auch nicht warum. Das ist wahrscheinlich ein Mierloch hier bei uns. Ja. Das ist, wieso? Ne, das ist eher fast ein Mierloch. Also wir waren ja eigentlich bei diesem Thema, oder? Ja, wollen wir da zurückkehren zu? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wenn jetzt nicht zurückkehren heißt, weiter auf mich einzuschlagen. Ne, du hast recht. Ne, du hast recht, es scheint mir nicht fair. Wir sind hier in Kuschel-Podcasten, nicht so irgendwie, wir schreien uns jetzt hier nicht. Wir können wechseln zum Thema, wo ich weiß, dass du da was beizutragen hast. Du bist ja eingestiegen mit so einer Zirkus-Metapher, ne? Und ich wollte gerade kurz erzählen, dass ich als Kind begeisterter Zirkusgänger war. Ja, ich auch. Ich habe noch folgendes gesehen und ich will euch erstmal fragen, ob ihr mir das überhaupt glauben könnt, dass ich das wirklich mit diesen trüben Augen gesehen habe. Und zwar zwei Braunbären mit Schlittschuhen auf einer Eisfläche, die Badminton gespielt hat. Und ich schwöre euch, es ist wahr. Ich bin neulich aufgewacht, mitten in der Nacht und dachte, fuck, ich war im russischen Staatszirkus, da waren zwei Braunbären, die auf Schlittschuhen Badminton gespielt haben. Und stimmt diese Erinnerung oder ist das was völlig Irres, was völlig im Kopf falsch zusammengelötet ist? Dann habe ich in meinen Unterlagen gekramt, habe nochmal das alte Programmheft gefunden, wo auch Bilder davon sind, wie Braunbären da Badminton spielen. Das habe ich gesehen. War begeisterter Zirkusgänger und das ist eine der Erinnerungen. Also ich möchte kurz mal sagen, warum das Prinzip Zirkus nicht mehr ganz so aktuell ist im Jahr 2020. Das erklärt genau, ich will kurz sagen. Das war ein Zirkus, wo ich als Kind auch gut hingehen konnte, weil es eine Eisfläche gab in anderen Zirkussen. Da ist ja dieses Sägemehl. Und da lief das immer so ab, ich bin begeistert hin, habe dann nach zehn Minuten roten Kopf gekriegt und dann Asthma. Weil ich sowohl gegen Pferde allergisch bin, hochgradig, als auch gegen dieses Sägemehl. Also ich muss ja auch sagen, das ist... Zu schwach für Zirkus? Ja, ich habe beispielsweise mit dem Tod gekämpft, während der Clown die zweite Nummer gespielt hat. Also das ist so, dass bei uns war auch mal ein Zirkus, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern und wir hatten bei uns den Rodelberg um die Ecke. Das war halt wirklich ganz klein und da kam immer die, sagen wir mal, Zirkus Krone war weit weg. Zirkus Roncalli, Zirkus Barum, die kamen alle nicht, sondern es kam, Zirkus Scheiße kam zu uns. Der war ungefähr so groß wie ein Iglu-Zelt, hatte drei kranke Hühner und vier einbeinige Ziegen und daraus wurde dann irgendwas zusammengelötet. Die ganzen achtjährigen Kinder waren die Hauptartisten und das Ganze war nicht größer als der Zirkus, den ich vor dem Playmobil hatte. Aber der war die Lebensgrundlage für eine so eine rumreisende Familie. Und das waren natürlich immer die super Chaos-Typen, aber bei uns war was los. Ich habe im Otterweg gewohnt und da war wirklich, da war richtig Chaos im Otterweg. Wenn da, also wenn da die, das waren so ganz fröhliche Super-Assis. Also es war so richtig der Zirkus in der Stadt, oder wie? Ja genau, nein, nicht in der Stadt, bei uns in der Straße war so ein kleiner Mini-Zirkus und die waren, also für mich als Kind war das unglaublich spannend, ja. Man hatte wirklich das Gefühl, da nehmt die Wäsche von alleine, der Zirkus kommt und holt die Kinder rein, jetzt kommen die Chaos-Typen, ne. Und da gab es auch zwei, mit denen hatte ich mich dann angefreundet, die waren auch immer da, die hießen Carlos und Fernando. Und Carlos und Fernando haben zum Beispiel einmal, die haben dann immer, wenn ich schon... War das ein spanischer Zirkus? Genau, das war ein spanischer Zirkus. Vorne gab es Tapas und drinnen wurde Flamenco getanzt. Aber Carlos und Fernando zum Beispiel, da war ich mal richtig geschockt, wie, wie soll man sagen, gesetzlos die waren, in meiner Wahrnehmung. Ich habe ja eine sehr behütete Kindheit gehabt, es gab sehr klare Regeln. Ich musste also zum Beispiel um halb acht, musste ich ins Bett, ne. Und da war es egal, ob draußen noch die Sonne schien oder was, da wurden meine weißen Vorhänge zugezogen, die Sonne knallte in mein Zimmer und ich lag im Bett, bereit zum Schlafen und mein Zimmer war neben der Haustür. Und dann hörte ich nur, wie meine Mutter die Tür aufmacht und Carlos und Fernando, die also ein Jahr jünger waren als ich, haben gesagt, ob ich rauskomme zum Spielen. Wo ich dann dachte, ich lag in meinem Bett und dachte, sag mal, sind die super irre? Also, es ist doch mitten in der Nacht, ich liege doch schon im Bett. Klingt wie zwei Figuren von Tarantino. Und dann, ja, Kinder-Tarantino, Tarantino-Kids. Ja, genau. Und dann haben die, da hat meine Mutter gesagt, nee, also der Klaas, der schläft schon. Da haben die die wahrscheinlich angeguckt wie ein Fragezeichen und haben dann noch die Frechheit besessen und zu sagen, können wir uns denn mal von ihm Pfeil und Bogen ausleihen? Und dann hat meine Mutter in ihrer Verzweiflung, weil das auch irgendwie leid hat, dem dann Pfeil und Bogen gegeben und dann haben die alle meine Pfeile auf das Dach von der Schule geschossen. Und auch nicht entschuldigt, auch nie was wiedergebracht. Und dann war ich einmal da, dann haben wir da irgendwas gespielt, dann habe ich mir den Kopf gestoßen und dann habe ich super doll geheult. Und dann hat Carlos gesagt, komm mal mit, ich habe was. Und dann ist er mit mir zum Wagen gegangen. Da hatten die so einen Wagen und hat gesagt, damit du jetzt nicht mehr so heulst, damit was Schönes jetzt passiert, was du allen erzählen kannst, gebe ich dir das was, mach mal die Augen zu. Und dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und hatte eine zwei Meter lange Boa um den Hals, die Carlos da rausgeholt hat. Wir waren alle sieben. Es war super gefährlich. Das war wie so ein Guy-Ritchie-Film. Da war richtig was los, ey. Wir hatten die auch immer in der Grundschule, so Schausteller-Kinder. Oh, so einen hatte ich auch. Und die kamen immer saisonal. Also die waren dann immer nur so ein halbes Jahr, Jahr da, wenn die anscheinend in der Region irgendwie aufgedreht sind. Und das war immer so eine Sisyphus-Arbeit von den Erziehern, zu sagen, so kümmert euch mal um den, der braucht Anschluss, dem den doch mal mit zum Spielen. Wenn man das aber gemacht hat, hat man von dem aufs Maul gekriegt. So, und deswegen, da war irgendwie, da war auch der Pädagoge überfordert, ne? Naja, das ist aber immer so. Das muss man denen halt irgendwie klar machen. Ich war vor kurzem… Darf ich dir einmal sagen, warst du auch begeistert von Zirkata? Wie heißt das denn? Zirkei. Zirkei. Nee, ich hab da wirklich keine Erinnerung dran, dass ich da so eine Wahnsinnsstunde hab. Weil ich glaube, dass uns das verbindet, Klaas, dass, ich glaub, der Zirkus ist ein Motiv in der Kindheit gewesen, die uns angepiekt haben, dass wir Entertainment toll sind. Voll, auf jeden Fall. Weil ich hab natürlich auch als Kind dann so von meinen Eltern so Zirkusvorführungen gemacht mit so einem Zylinder auf so einer roten Nase, ne? Weil ich das so faszinierend fand, dass Leute da tolle Sachen vorführen. Total, ich hab da auch große Freude immer dran gehabt und es gibt auch einzelne Familienmitglieder von mir jetzt, die Zirkus immer noch geil finden und deswegen muss ich da hin manchmal, auch aktuell noch. Und das sind natürlich, es ist auch nicht immer gleich der beste Zirkus, es ist nicht immer gleich der Cirque du Soleil. Wie ist das denn heute? Ja, mit erwachsenem Blick. Weil die Bären wird's ja nicht mehr geben. Genau, ich gehe grundsätzlich nicht in einen Zirkus, wo es Tiere gibt, weil ich das wirklich grausam finde und das will ich auch nicht vermitteln. Also es gibt so auch kleine Zirkusse, die tatsächlich, und manchmal machen die ganz gute Sachen und manchmal machen die einfach aus der Not heraus, es tut einem fast schon leid, richtig lebensgefährliche Sachen, die auch immer nur so haarscharf gut gehen. Also, wo man wirklich weiß, die haben einfach niemanden, der das richtig kann. Kommt mir bekannt vor, die Beschreibung. Ja, aber die wollen jetzt halt auf jeden Fall diese krasse Trampolin-Nummer machen, wo sie dann oben noch so sechs Meter ungesichert da über... Haben die bei YouTube gesehen. Das tun wir einfach mal nach hier. So, und du siehst halt, dass der einen Millimeter neben diese Feder, wo man dann praktisch mit dem Fuß in das Trampolin reinrutscht, dass diese Millimeter daneben aufkommen und du denkst, das war hundertprozentig nicht geplant. Und dadurch hat es natürlich irgendwie einen Reiz, weil man weiß, da ist irgendwie was los. Das ist wie halt so, wie so Unfallvideos bei YouTube gucken, wo du immer nur denkst, na, ne, was kommt hierbei raus? Und dann gibt es aber natürlich auch, was ich persönlich aus so einer, da habe ich irgendwie einen Hang zu, diese Clowns-Nummern. Das ist natürlich dann auch der Typ, der vorne die Karten abreißt, danach Popcorn Das ist immer so, das ist ein Gesetz. Genau. Das darf in einem Zirkus nicht anders gehandhabt werden. Ja. Ja. Und das finde ich auch gut. Und der Clown heißt dann Clown-Banane. Und der Clown-Banane macht dann richtig dumme Sachen und so, ne? Und das ist natürlich kein Gag-Sitz, ne? Auch nur ansatzweise. Aber es ist irgendwie so eine, manchmal hat man das Gefühl, es ist wahrscheinlich so, weil es sind ja meistens Familien, so wie das immer ist, wenn man mit Familien, die man nicht kennt, in Kontakt kommt. Irgendwann hat man das Gefühl, hier läuft der Laden, die haben sich lieb, das ist eine tolle Familie, irgendwie machen die das gerne zusammen. Und dann hat man auch ein gutes, herzliches, warmes Gefühl. Oder man hat das Gefühl hier, was auch immer, die Ideenlosigkeit und vielleicht auch ein bisschen die Perspektivlosigkeit, was ja dann auch ein bisschen traurig ist, hält sie irgendwie zusammen. Und das ist dann natürlich auch nicht schön anzuschauen. Das war der Grund, weshalb ich mich von Zirkus verabschiedet habe. Ich finde das so wahnsinnig deprimierend, weil die einfach nicht mehr mithalten können mit dem, was Fernsehen liefert. Ich rede gar nicht von Netflix etc. Das ist halt irgendwie, das ist so analoge, analoge Scheiße. Meldung, die es nie geben wird. Der Zirkus verdrängt Netflix. Alle Leute gehen nur noch zu Roncalli. Fuck you, Narcos. Aber kennt ihr das auch, wenn man jetzt in Berlin, da macht er so jeden Monat ein neuer Laden auf. Und ich finde es manchmal so traurig. Ich laufe dann vorbei. Bei mir in der Straße ist so ein Lampengeschäft. Und ich glaube, der ist richtig leidenschaftlicher Lampenreparateur. Und dann merkst du so, nach drei Tagen wird ein Schild aufgestellt, weil es nicht so funktioniert. Dann wird das Schild so an die nächste Straße, dass da vielleicht mal jemand vorbeikommt. Es tut mir so leid, dass irgendwie so ganz viele kleine Geschäfte, die mit vielen Träumen gestartet sind, die irgendwie denken, das ist es jetzt. Und das tut mir wirklich, wirklich ganz unironisch. Da brennt mir die Seele. Es tut mir auch leid, gerade wenn man so das Gefühl hat, da steckt so Leidenschaft drin. Und da haben Leute irgendwie, keine Ahnung, so eine Idee. Das kam mal bei uns in der Straße, in der alten Straße, wo ich gewohnt habe. Und Laden, die haben, und da hätte ich denen vielleicht auch vorher sagen sollen, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Es war so ein bisschen gut bei Deutschland, aber im eigenen Land. Also nicht wegfahren, aber trotzdem eine blöde Geschäftsidee haben. Die haben Knöpfe verkauft. Maschidene Knöpfe. Und als du denkst, also ich will euch hier jetzt nicht, das ist, es gibt es die blaue Mauritius der Knöpfe und wenn man die hat, hat man gewonnen oder was. Ich habe noch nie gehört, dass da einer sagt, ey, da gibt es das eine Knopfgeschäft, da fahre ich ja noch hin. Ebenfalls bei mir in der Straße war mal ein Aufklebermuseum. Ein Aufklebermuseum. Spoiler, hat sich nicht gehalten. Das sind wirklich die Döfse. Habt ihr auch Aufkleber gesammelt in der Grundschule und so? Ja, Sticker, ja. Ja, die Sticker. Und die haben einfach nie aufgehört. Und haben das dann zum Beruf gemacht für zwei, drei Wochen. Es gab ein Geschäft, was Jakob und mich in gewisser Weise verbindet, wo man immer ganz leckeren Kuchen hat oder so. Und da, da würde ich von heute... Lecker. Ey, ich habe, darf ich kurz sagen, dass wir tausend Leute bei Instagram geschrieben haben und eine Frechheit besitzen, nicht ohne guten Tag, einfach nur so, lecker. Und manche sind so dreist und schicken mir das als Sprachnachricht. Und dann muss ich aber bei jeder lachen, wenn ich dich aufhöre. Einfach nur so, lecker, schicken die mir, schicken die mir. Also es ist immer so, es gab so ein... Manchmal kündigt sich ja im Falle vom Aufklebermuseum oder bei meinem Knöpfe-Lahn, da kündigt sich ja an, dass das vermutlich nie mehr lange gut geht. So, da weiß man schon, bei der Eröffnung denkt man, ui, schenkt man nicht so viel Sekt aus, am Ende ärgerst du dich. Und dann gibt es aber so Läden, die so dazugehören, dass man so richtig verwundert ist, wenn die auf einmal nicht mehr da sind. Die gehören zum Leben. Die gehören zum Leben und es gab ein so geiles Kuchengeschäft. Ich würde es gerade um lecker sagen. Der war wirklich gut. Darf ich kurz erzählen, was es so gab? Es interessiert es, die Zuhörerinnen und Zuhörer? Sie sagen nicht, wie es hieß, aber erzähl, was es gab. Also es gab, was ich sehr, sehr gemocht habe, so einen ganz leckeren Käsekuchen. Der hieß aber, es hat so eine österreichische Bezeichnung, diese so, wie heißt denn dieser Creme? Topfen. Das war Topfen, bisschen käsig. Topfen-Goulatschen. Genau, und dann gab es so kleine Törtchen aus so einem Schokoteig mit so streuselnden Pflaumen drin. Und Mohn und so. Und Mohn gab es auch mit, das ist aber mit Birne gewesen. Ja, genau. Und natürlich Sachertorte. Ja, und was auch immer gern gekauft wurde, war, wenn meine Mutter da war, die haben auch glutenfreie Stücken gehabt. Ja. So. Auch toll. Und die haben auch selber Sachen... Nur ist der Punkt erreicht, wo man das nicht noch weiter erzählen muss. Das können wir in die Description machen. Und dann war das wirklich wie... Marmorkuchen hatten die auch. Ja, Marmorkuchen. Aber so ein Saftding, weißt du, der nicht innen trocken ist, sondern der so... Könnt ihr euch an den Film The Game erinnern? Da will er doch dann, nachdem er feststellt, irgendwie läuft hier was schief, will er doch zu dieser Firma zurück, die offenbar diesen ganzen Vorgang losgetreten hat. Zu der Firma CIS heißt die, glaube ich. Und dann geht Michael Douglas in dem Film zurück und will dieses Spiel, was in seinem Leben stattfindet und ihn unter Druck setzt, will er wieder aufhören, indem er da hingeht und sagt, ich werde dir den Vertrag kündigen. Und auf einmal kommt er da hin und dieses Büro, was gestern noch da war, steht leer. Und es sieht aus, als wenn es seit Jahren leer steht. So ging es mit dem Kuchenladen. Das war auch von heute auf morgen. Ich habe gerade das... Das war wirklich so wie in der Dahlmeier-Werbung, haben die da so mit so einer feinen Schürze noch eben das Messing abgeputzt und alles war richtig geil. Und dann war es auf einmal weg und dann hing da ein Schild. Und auf dem Schild stand, in etwas zickiger Grundton... Ein gewisser Unterton, ja. Ein gewisser Unterton in dem Sinn. Da stand, ja, wir können hier leider nicht mehr weitermachen, weil wir nämlich kein Personal finden. Und da dachte ich mir, Moment mal, also ob da nicht ein bisschen Selbstreflexion vom Schreiben dieses Schildes auch gut gewesen wäre. In Berlin, wo jeder, der auch egal was, ob es ein Aufkleber oder ein Knöpfelmuseum ist, du findest eine Fachkraft, die da 37 Jahre arbeitet, wenn das Ding so lange läuft. Es ist keine Stadt, hat mehr Bedarf an irgendwelchen kleinen Quatschjobs. Und Jobs, die man nebenbei macht, neben dem Studium, neben irgendwas, ja. Kuchenverkäuferin gehört dazu. Wenn man es nicht sagt... Ich zum Beispiel wäre super gerne Kuchenverkäuferin. Ja, du wärst Kuchenverkäuferin, wenn man niemanden findet, der mit einem gemeinsam den Kuchen verkaufen will, dann muss man sich an die eigene Nase fassen. Absolut. Und dann lief das einfach nicht gut da im sozialen Miteinander. Dann war man ein nicht so guter Chef. Dann war man ein guter Kuchenheini, aber man war kein guter Chef. Oder die Assistentin war krank. Nee, in Urlaub. Ja, genau. Die Assistentin. Werbung. Also Kuchen kann man bei dem Unternehmen, für das wir uns hier jetzt mal ganz besonders einsetzen wollen, wahrscheinlich nicht kaufen. Wie so tiefgevoll im Fly? Aber man kann auf Ebay wesentlich mehr kaufen, als man vielleicht denkt. Denn Ebay ist ein Warenhaus, wo du eigentlich heutzutage alles kaufen kannst. Und das wissen viele nicht. Viele denken, du hast irgendwie Müll in der Bude, das muss weg, das packst du auf Ebay. Und es ist aber eigentlich so, dass du da wirklich jedes Zeug kaufen kannst und die da sogar noch die sogenannten Nummer-eins-Preise haben. Ja, wir Boomer denken ja immer noch, Ebay wäre so ein Aktionshaus. Ja. So, oh, da kann ich mitbieten. Ja, und dann bietet man da sieben Tage mit und am Ende kriegt man es nicht, weil irgendjemand so nichts anderes zu tun hat. Man muss noch einen Kumpel bitten, da auch mitzubieten, damit das irgendwie... Und die Zeiten sind vorbei. Es sind 80 Prozent der Sachen, die auf Ebay angeboten werden, sind Neuwaren und überwiegend ohne Versandkosten. Und die haben die meisten Nummer-eins-Preise, die gibt es bei Ebay. Die Nummer-eins-Preise heißt die besten Preise von allen. In einem Ranking, wo man jetzt zum Beispiel zehn verschiedene Preise hat, wobei zehn das teuerste und beschissenste ist, ist eins das geilste Angebot. Und wenn man sagt, wir haben Nummer-eins-Preise, dann ist das bei Ebay zu finden und zwar in Mehrzahl. Da muss ich kurz erzählen, wir sind neulich gemeinsam am Flughafen langgelaufen und ich wollte mir einen Kopfhörer kaufen. Dann habe ich festgestellt, der ist 40 Euro zu teuer, als er eigentlich kosten dürfte. Er sagt, weißt du was, mir ist das scheißegal, ich würde den jetzt nehmen. Er sagt, nein, das geht nicht, ich kann nicht etwas kaufen, was nicht ein Nummer-eins-Preis, also was nicht am günstigsten ist, weil da ärgere ich mich monatelang über das Produkt und kann mich daran nicht erfreuen. Deswegen ist dieses Nummer-eins-Preis-Argument für mich das Essentielle. Wenn ich etwas kaufe, dann will ich das am billigsten haben. Okay, alles klar. Und das ist bei Ebay gewährleistet, glaube ich. Na siehst du ja, dann kann man da doch mal rumsurfen. Das Geile ist auch, man ist ja auch Käufer und Verkäufer in einem. Das Angebot hat man, man kann ja selbst noch Nummer-eins-Preise anbieten. Kann man noch sowas werden wie Ebay-Power-Seller? Das gibt es bestimmt auch noch. Also alles Weitere gibt es auf ebay.de und kann man ja mal so ansurfen. Ja, kann man sich mal angucken. Man kann da mehr machen, als man denkt. Aber nicht das eine, woran ihr jetzt denkt, das geht nicht. Werbung ähnlich. Ja, es gibt ein Geschäft in Berlin, das heißt Trödeldödel. Trödeldödel 1 und es läuft offenbar so gut, dass Trödeldödel 2 gibt es mittlerweile auch. Da bei unserem alten Studio mittlerweile. Es gibt so ein paar Sachen, die sind durchnummeriert. Es gibt zum Beispiel auch ***. Es gibt es auch mehrere. Wobei ich glaube, *** 1 und 3 sind wieder zu. Und ich glaube nur noch *** 2 gibt es. Warst du da nicht mal mit Böhmermann? Ja, mit Böhmermann war ich da mal. Ich war da schon mehrmals. Für alle Nicht-Berliner muss man mitliefern, als wenn man so was ein *** ist. Weil das klingt ja erstmal schön. Also man sagt *** sein. Das sind wir jetzt ja hier auch in dieser Konstellation. Aber so *** wie man im *** sein soll, das sind wir hier nicht. Wir sind nämlich angezogen. Spoiler alert. Das sind aber ganz nette Leute da. Das ist ein Swinger-Club. Ja sicher. Aber das ist natürlich... Da wird gefickt. Ja und? Ich versuche es ja nur zu beschreiben. Ja, ist doch schöner, als wenn das jetzt ein Laden ist, wo man sich aufs Maul hausst. Also es ist doch irgendwie Grund... Ich bin ja Huch-Indie. Stimmt. Huch. Huch. Ja. Also genau, das sind Swinger. Ich war da mal, wir haben mal für die Harald-Schmidt-Show da gedreht, Böhmermann und ich. Und das war eben so ganz witzig, weil man kommt ja normalerweise in so Swinger-Clubs nicht rein. Aber man will natürlich immer wissen, wie sieht es da drin aus. Absolut. Also ich bin immer total neugierig, wie das in so Läden aussieht. Kannst du uns mal mit reinnehmen? Ja, ich kann euch da gerne mal mit reinnehmen. In diesem Swinger oder auch in vergleichbare, weil ich wahrscheinlich glaube, dass die überall ähnlich sind. Also was ich grundsätzlich sagen muss... Na klar, sorry, eine Sache noch. Ja. Überleg sehr gut. Ja. Du hast schon mal so losgeledert übers Berghain. Ja. Und jetzt kommst du nicht mehr rein. Ich will ja nicht mehr rein. Wenn du jetzt beim *** genauso loslegst und erklärst uns, wie es da ist, dann kommst du nicht mehr rein. Ja, oh ja. Da musst du uns ficken 3000 gehen. Oder ein Stahlrohr. Ja. Also man geht rein durch die Tür, was sehe ich jetzt? Naja, also ich möchte kurz vorher eine kleine... Erst mal duschen oder willst du anfangen? Ein kleines Intro. Also ich möchte erst mal dazu sagen, dass man erst mal immer denkt, das ist natürlich so eine ganz... Sind alle so schlecht drauf und das ist so... Das ist gar nicht... Die waren wahnsinnig nett. Auch der Chef, du musst ja fragen, ob du da drehen darfst und so. Ja. Und dann haben wir natürlich auch darauf spekuliert, dass da ein paar Swinger sind. Wer denkt denn, dass die schlecht drauf sind im Swinger-Club? Naja, aber dass sie zum Beispiel nicht wollen, dass da einer dreht. Das ist eine eingeschwollene Gemeinde. Man denkt doch irgendwie, die wollen doch bestimmt nicht, dass man da dreht. Und gerade wenn wir beiden Idioten da anrufen, wenn man sagt, ja, Bömermann und Häuferumlauf, komm und drehen da was. Also wer da nicht irgendwie ein bisschen vorsichtig wird, der ist halt offenbar ein Menschenfreund. Und die haben gesagt, ja okay, komm vorbei. Und dann haben wir gesagt, na sind denn da auch ein paar, naja, Swinger vor Ort? Und dann hat der den schönen Satz gesagt, na das kann ich euch nicht sagen, der Swinger ist ein scheues Reh. Und dann kamen wir halt dann da rein und das ist halt schon, was weiß ich, wie lange ist das her? Bestimmt über zehn Jahre locker. Und dann sind wir dann da rein, da ist natürlich also Fenster los. Da war an dem Tag, irgendwas war da gerade los. Die hatten da so ein Fingerfood-Buffet aufgebaut. Da musste ich dann auch sagen, nee komm, also das muss jetzt nicht sein. Und dann, wie man sich's vorstellt, in jeder Ecke steht so eine Kleenex-Box. Wenn mal einer traurig ist und weinen muss, dass man sich die Tränen wegkriegen kann. Oder für Corona, dass man sich dann Corona abwischen kann. Aber gibt's da einen Tresen? Da gibt's natürlich einen Tresen. Ja, aber das darf ich schon mal einladen. Warum natürlichen Tresen? Ja, wieso? Das verstehe ich schon mal nicht. Weil warum gehst du da rein, das ist erst mal aufgebaut wie eine Kneipe. Das verstehe ich nicht. Du willst da mit verschiedenen Leuten bumsen an einem Abend. Warum braucht man einen Tresen? Du brauchst so eine Art soziale Basis, an der man sich erst mal zwanglos kennenlernt. Da sitzt man dann mit seinem nackten Arsch und begräbt den Barhocker unter sich. So ist es ja. Man hat das Gefühl, die Ärsche essen die Barhocker auf. So sieht das ja auch. Und dann sitzen die da alle, haben dann alle so venezianische Masken auf. Aber an Ice White Shot erinnert da nicht so viel. Man hat eher das Gefühl, man hat so einfach so einen ganz normalen Bus von der BVG. Hat man die Leute wahllos ausgeleert und gesagt, ihr geht jetzt alle da rein, zieht euch aus, setzt da so eine Maske auf. Und wirklich völlig ohne Casting wurden da die Leute hingesetzt. Liegt da Erotik in der Luft? Da liegt überhaupt keine Erotik in der Luft. Da liegt eher so ein bisschen Febräse in der Luft. Weil man natürlich jetzt nicht jedes Polster ständig abziehen und waschen kann. Aber ist die Theke dafür da, dass man so imitiert, als wäre es ein Date? Also treffen die das da und sagen wir erstmal so ein Bierchen trinken, man will ja nicht gleich wieder Tür ins Haus fallen. Wir haben da kurz gesessen und uns so ein bisschen orientiert, um mal zu gucken, was machen wir denn. Habt ihr euch hingesetzt? Ja, wir haben uns ja klar. Hätte ich schon nicht gemacht. Ja, weiß ich. Du wärst da gar nicht jetzt reingegangen. Deswegen, du bist ja auf so Abenteuerberichte von mir angewiesen und wüsstest du überhaupt nicht, was da ist. Ja, eben deswegen, ja. Genau. Und irgendwie haben wir uns da hingesetzt und alles gemacht. Aber kein Problem. Und während wir das gemacht haben, haben... Gedreht. Ihr habt es nicht gemacht. Das ist missverständlich. Oh. Ihr habt es nicht gemacht, nein. Nein, weil du sagst, wir haben es da gemacht. Wir haben das gemacht, was wir da machen wollen. Wir haben alles gemacht. Film. Währenddessen, aber das wollte ich auch nicht erzählen, ging es dann auf einmal da rechts zur Sache. Nein. Wir haben da zwei aneinander da rumgeschraubt, weil die uns eben so zeigen, weil die uns zeigen wollten, guck mal, wir sind hier so ganz locker miteinander. Zwanglos, ja. Ja, zwanglos. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, die wollen uns was beweisen. Die wollen so beweisen, dass man hier, ist das kein Problem. Und wenn ihr damit ein Problem habt, müsst ihr halt wieder gehen. So, das war so ein bisschen so eine freche Konfrontation mit dem Sex. Die haben richtig da Geschlechtsverkehr gehabt. Haben die gemacht da, ja, genau. Das ist wie auf Safari. Also wenn da der Wagen reinfährt, dann stören sich die Elefanten auch nicht dran. Du bist in deren Revier. Ja, genau. Ich bin bei denen. Aber die machen da, was sie wollen. Ja, eben. Und manchmal kommen die auch durchs Fenster rein. Wenn man ein Leckerli in der Tasche hat. Vergessen hat, den rauszunehmen. Und haben die so Handzeichen gemacht, dass ihr euch dazugesellen sollt? Das habe ich ja schon erklärt, was bedeutet, dazuzugesellen. Nee, da war ehrlicherweise da nicht so viel los. Aber ständig klingelte das Telefon und dann habe ich irgendwann nach einer halben Stunde, habe ich die Frau da an der Bar gefragt, warum klingelt die immer das Telefon, weil wollen die alle, ne? Und dann hat die gesagt, ja, das sind immer so Männer, die rufen an und fragen, wie viele Frauen da sind. Was hat Deutschlands frechster Satiriker da gemacht? Wir beide haben, muss ich sagen, da eine kindliche Freude daran gehabt, uns alles anzuschauen. Das war wirklich sehr wichtig. Was war denn der Auftrag von dem Dreh? Wir haben, da ging's, da war diese große Ergo-Versicherung, die haben doch damals so Incentives gemacht. Die sind zum Bums nach Budapest oder irgendwo hingeflogen und haben dann da in irgendwelchen Saunaclubs da so krasse Mitarbeiterbelohnungsjahresendveranstaltungen gemacht. Und das kam dann raus, dass die offenbar, die Versicherungsagenten, die ganz besonders gut gearbeitet haben, dass die dann da einigermaßen schlüpfrig da sich bedienen durften am Buffet des Lebens. Und das haben wir persifliert, indem wir ein ARD-Incentive nachgestellt haben dort. Und da haben wir praktisch für die besten Mitarbeiter der ARD gab es ein Incentive im... Aber das war jetzt nicht der Dreh, bei dem dann Böhmermann den Borat-Anzug da anhatte? Nee, das war unabhängig. Und den Sommiero. Das war unabhängig von mir, dass... Als er über die Domplatte gefahren ist, war ich nicht? Ja. Das war nicht dasselbe. Das war nicht dasselbe. Das ist ja auch in Köln, ja stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Dreh war. Achso, das war ja so private Aufnahmen. Bin ich mir nicht sicher, warum das gemacht wurde. Also deswegen kann man ja vielleicht die Neugier verstehen, mal bei sowas rein. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber... Wollen wir unsere Zuhörer jetzt als Fazit ermutigen, diese Experience mal zu machen? Auf keinen Fall da reingehen. Wie gehen wir jetzt da raus? Ich würde auf keinen Fall da reingehen. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man geht in so... Manchmal gibt es da so Kneipen, die heißen dann so Schuldheißquelle. Ja. Oder so, ne? Gibt es ja wirklich im Morbid die Quelle. Ja, oder die Quelle heißt... Ist keine Quelle übrigens, ja. Sondern ist halt eine Kneipe und ist so richtig, ne, da am Tresen sitzen dann halt so ältere Herren und... Die rauchen gern. Die rauchen gern und trinken gern Bier und mal knobelt einer, ne? Ja. Und wird dann mal ein bisschen Skat gekloppt in der Ecke und einer stirbt gerade hinten vorm Daddelautomaten. Ja, ja. Und es liegt so ein bisschen Qualm und Bulettengestank in der Luft, ne? Wer sowas schön findet und wer in sowas reingeht und sagt, ich hab jetzt das große Bedürfnis, mich komplett zu entkleiden und mich hier weiter hinzusetzen, bis mich irgendwo hinten so eine zahnlose Mutti antanzt, dann kann man in so Läden gehen. Fun fact, wie man in solchen Kneipen Buletten macht, als Speise, die es dann als einzige gibt, ist, du hast ja diese alten Kaffeeautomaten, ne? Also wo du so einfach so eine Kanne rein schaust, das heiße Ding und dann nimmst du die Kanne raus und machst das heiße Ding an, also diese heiße Fläche, diese Herdfläche, da wird die Bulette reingelegt, dann kommt die Kanne wieder drauf, drückt mit ihrem Eigengewicht die Bulette rein, wird die kurz gedreht, nochmal die Kanne rein und festgedrückt. Und dann hast du eine warme Bulette. So wird das gemacht in einer richtigen, echten Berliner Kneipe. Ich hab irgendwie so das Bedürfnis, weil die Leute damals, das ist lange her, die waren so nett zu uns, ne? Ja. Ich hab das Bedürfnis, da nochmal zu sagen, weil wir natürlich immer dazu neigen hier, das noch ein bisschen heftiger darzustellen, also eigentlich war da eine nette Atmosphäre und es waren coole Leute so. Also ich kann mich nicht darüber beschweren. Wer grundsätzlich sagt, Swinger Club ist was für mich, ist da in der besten Adresse. Super, hast du noch einen Gutschein-Code? Also mit Klaas 100 irgendwie. Klaas 100 kriegt man 20% beim nächsten Fingerfood-Party. Swingfluencer, Klaas. Swingfluencer. Klaus, man muss dir gratulieren. Du bist ein Jahr rauchfrei. Über ein Jahr jetzt. Über ein Jahr. Ein Jahr und ein paar Tage. Ja, das stimmt, ja. Schmidli, warum bist du da so reserviert? Nö, gar nichts so. Hab gar nichts noch. Jetzt gratuliere jetzt erstmal Klaas. Ja, herzlichen Glückwunsch da. Also Schmidli ist nämlich jetzt auch kein Jahr rauchfrei. Ja, das kommt noch. Das ist, ähm. Das beginnt ja erst. Ja, aber vor allen Dingen, man kann sich ja in meiner Position jetzt nicht so hinstellen und sagen, jeder andere, der es nicht macht und so. Ich bin stolz auf dich. Ja, das finde ich auch schön. Bin ich ernsthaft. Aber es funktioniert nicht, indem man, weil wenn man sich selber sieht, ich habe ja nun 20 Jahre durchgequalmt und da hätte ich ja nun jedes Jahr und jeden Tag auf die Idee kommen können, dass der sich so schlau ist, ne? Meine Mutter sitzt mit am Tisch. Und, ähm, wir spüren mal zurück. Also erstmal Glückwunsch Klaas, ein Jahr rauchfrei, Schmidli, für dich ist eh kein Thema. Du hast ja mit dem Glimmstämme gar nichts am Hut. Nope. Und, ähm, ja, Glückwunsch, Klaasi. Ja, danke schön. Du hast als einziger von uns, dann hast du hier geraucht. Eui, eui, eui. Buh, ich übertreibe jetzt. Aber für alle Raucher, es ist wirklich, auch wenn es vielleicht so eine eigentlich offensichtliche Information ist, wenn man sich so, wenn man aufhört zu rauchen, oder wenn man sich das vornimmt, dann guckt man so in die Zukunft und überlegt sich, was man alles so machen wird. Dann stellt man sich den Sommer vor, dann stellt man sich den See vor, an dem man sein wird, äh, das Bier, was man draußen im Biergarten vielleicht trinkt, dann den Urlaub, naja, alle möglichen Situationen. Morgens den Kaffee und so. Und man denkt, und das ist das gemeine psychologisch Verwirrende daran, und das hält einen auch so dran, dass all die Sachen, die einem normalerweise Spaß gemacht haben, und das greift tief ins normale Leben hinein, also die einem ab jetzt keinen Spaß mehr machen, weil man ja während es nicht rauchen darf. Kein Scheiß, ich habe ja gesagt, dass ich wahrscheinlich umziehe. Und die neue Wohnung, die hat einen kleinen Garten. Und in meiner Vorstellung sitze ich da irgendwie in der Sommersonne, trinke ein Bier im Liegestuhl und rauche eine. Und die Tatsache, wenn ich mir jetzt überlege, aufzuhören, würde ich mir denken, da brauchst du auch keinen Garten. Das ist ohne Scheiß, weil du wirklich denkst, du verbindest das so sehr mit einer Zigarette, da im Sonnenuntergang zu sitzen, dass es dir vollkommen wertlos vorkommt, wenn du dabei nicht mit einer Zigarette sitzt. Ich bin richtig erstaunt. So tief geht die wahrscheinlich dann psychologische Abhängigkeit, das ist immer so eine Komponente, diese psychologische Körperlichkeit und so weiter. Das sagt dir dein Gehirn. Dein Gehirn sagt dir, dein Leben ist, du ziehst komplett die Farben raus. Das denkt man, jede Party ist nichts mehr wert, jeder schöne Abend, jedes Essen, nachdem man dann eine raucht, auch jede soziale Interaktion, das kurze Schwätzchen beim Rauchen, das kurze komm, wir gehen mal da eben hin und rauchen einen und reden dann dabei. Wie kann man Pizza essen und danach keine rauchen? Genau, natürlich kann man Pizza essen. Und soll ich dir sagen, es gibt einen Schlüsselgedanken, der dir dieses Problem aufhebt und allen Leuten auch, die aufhören wollen zu rauchen, es gibt einen Schlüsselgedanken, der dir hilft, der dir nämlich eine Idee davon gibt, wie du dich fühlst. Das ist ganz einfach und jeder kommt auch eigentlich selber drauf. Gibt es den kostenlos, den Tipp? Ja, den gibt es kostenlos. Ah, super. Ja, das ist nicht in meinem neuen... Das ist nicht in deinem Programm. Das ist nicht in deinem Programm. So, und es ist so, das Gefühl, was du hast, wenn du gerade eine geraucht hast, weißt du, du sitzt auf deiner Terrasse in deinem Kopf, trinkst ein Bier, rauchst eine, machst die Kippe aus und du drückst sie gerade in den Aschenbecher. Ja. Und dann dauert es so ungefähr noch eine Minute und ab dem Zeitpunkt, probiere dich an diesen Moment zu erinnern, wenn du sie gerade ausgemacht hast. Vielleicht hast du auch zwei gerade geraucht hintereinander. Und dann machst du die zweite aus. Und dann hält dieses Gefühl 20 Minuten, eine halbe Stunde an. Das Gefühl hat man immer. Und wenn du dir das vorstellst, ist diese Freudlosigkeit, die dir perspektivisch entgegenkommt, denkt man ja, komplett weg. Dieses Gefühl, was du hast, wenn du sie gerade ausmachst, das hast du immer, weil du mit der Zigarette, die du gerade geraucht hast, auf null kommst. Einer, der nicht raucht, ist immer auf null. Aber du fällst wieder in minus 50 nach einer Dreiviertelstunde. Aber da widersprichst du dir, weil, also ich glaube auch, dass ich körperlich jetzt nicht so abhängig bin von Zigaretten per se. Nee, ist keiner. Und dass ich denke, ich muss meinen Tatter, den tattrigen Arm da wieder in den Griff kriegen. Sondern man verbindet es mit Situationen. Und zwar nicht der Moment nach der Kippe, sondern während ich rauche. Und dann ist es doch vollkommen egal. Also das ist doch für mich überhaupt gar nicht geil. Nein, den Moment, nachdem du eine geraucht hast, den genießt du ja noch genauso. Fühlst du dich auf deiner Terrasse wie einer, der schön auf einer Terrasse sitzt, oder? Ja. Wenn du gerade geraucht hast, nimmst du alles, was um dich herum passiert, nämlich zum Beispiel die Pizza, die da steht oder der Sonnenuntergang oder der Garten an sich, der Geruch, der Sommer, was weiß ich, den nimmst du ja wahr als das, was es ist. Weil du dieses eine Problem mit der Kippe ja gerade gelöst hast. Also kommt dir das alles entgegen. Und wenn du das schon die ganze Zeit hast, ist das ja super gut. Ich war in Namibia und da bin ich auf die höchste Sanddüne der Welt gelatscht. Und das ist wirklich anstrengender, als man das so denkt. Da läuft man eine gute Stunde, anderthalb Stunden. Ich wäre da nicht hochgelatscht, wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, da oben zu sitzen, meine Kippe auszupacken und auf der höchsten Sanddüne der Welt eine zu pappen. Und erst dann geht es, was macht man dann? Latscht man da hoch, sagt man, Mensch, das ist aber hoch und dann wieder runtergehen. Pass mal auf, ich gehe jetzt mal in Louvre und dann stelle ich mich vor eine Mona Lisa und dann paffe ich dir ins Maul. Das ist schön und deswegen fahre ich jetzt nach Paris. Pass mal auf, ich fahre jetzt aufs World Trade Center. Fahre ich noch hundertstel Stock und dann zünde ich mir da die Fluppe an. Pass mal auf, ich fahre nach Giesel zu der Pyramiden und dann rauche ich da zehn Fluppen davor. Das macht gar keinen Sinn. Das macht nur als Nichtraucher keinen Sinn. Da ist mir alles mal so frei. Ich weiß schon, was du meinst, aber das Ding ist zum Beispiel jetzt, mittlerweile mit einigem Abstand kann ich das ganz gut beantworten. Du bist ein Typ, ich kenne, also die Menschheit teilt sich in zwei Gruppen, nämlich einmal die, die das geil finden, auf so eine Sanddüne raufzuklettern und dann gibt es Leute wie Jakob, die sich sagen, bin ich denn bescheuert, da ganz hoch zu klettern. Gibt es da Cappuccino? Nein, danke. Du würdest auch, also du bist einfach kein Typ dafür. Das heißt, im Grunde deines Herzens bist du einer, der da einmal hoch will, weil du diese Erfahrung offenbar auf deine Bucketlist setzen musst. Genau. Wenn du jetzt aber nicht rauchst, wärst du immer noch so einer, der da hoch will und dann stehst du da oben, guckst dir alles an und denkst, krass, jetzt bin ich hier oben und das reicht dir dann. Ich war ja in Südafrika und ich war in Kapstadt und dann hieß es mal, man muss auf den Tafelberg und so, ne? Da dachte ich, oh ne ey, da ist es windig, es dauert lange. Da hab ich gehört, die letzte Stunde muss man selber latschen. Da hab ich gesagt, keinen Bock, kann ich mir vorstellen. Blick von oben. Da hab ich einfach gestrickt, ne? Und stattdessen lieber schön flat white mit Hafermilch. Einfach gestrickt. Kann ich mir ja vorstellen. Aber Klaas, wir hatten doch auch wirklich so die besten Momente, auch bei Duell, ob es am Vulkan war oder bei den Eingeborenen. Moment, habt ihr am Vulkan ja so geraucht. Ja. Am größten Aschenbecher der Welt. Ja. Habt ihr eine gequallt. Da waren wir nicht allein. Mutter Erde hat mitgequallt. Ja, das stimmt schon, aber auch das, ich muss es ja nochmal so sagen, auch wenn ich jetzt so wirke wie so ein Missionar, so einer, der im Knast zu Gott gefunden hat. Und jetzt allen davon berichtet. George Foreman sitzt vor mir. Ja, sind total bescheuert, ne? So will ich gar nicht rüberkommen, aber ich möchte schon Leuten, also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wie man noch nie in seinem Leben geraucht hat. Das ist mir persönlich. Ich, das ist ja, ich hab wirklich in meinem Leben noch nie geraucht. Es ist das Beste, was man machen kann. Ich kann es nicht verstehen, weil ich immer denke, das will ich mal gemacht haben so. Das Beste ist natürlich, wenn das gar nicht erst passiert. Aber ich möchte natürlich allen, die sagen, oh Gott ey, jetzt muss ich das mal loswerden, den möchte ich natürlich irgendwie mitgeben, dass ich dieselben Gedanken hab oder hatte wie die und dass das trotzdem funktioniert. Und das möchte ich halt einfach sagen. Ist das ein Bedürfnis, ohne jetzt hier der große Samarit zu sein, der rumrennt, jetzt wie der Rauchfreipapist. Da ist er für Umlauf, auf Tour, endlich rauchfrei mit dem neuen Programm in Bielefeld, in der Muffhalle, in Oldenburg, in der kleinen Pinte und da ist das Programm. Das wäre was, ey, wenn du so ein Rauchpapst wärst, wie LNK, endlich nicht rauchbar. LNK ist endlich nicht rauchbar, ist ein bisschen in die Jahre, kommt schon das Buch. Ey, du musst so ein Buch schreiben. So wie Dietrich Grönemeyer, nur ohne Rücken, sondern mit rauchfrei. Das hat mir mein Vater zu Weihnachten geschenkt. Das LNK-Buch, das funktioniert immer noch. Ich hab's mal gelesen und war da vier, fünf, sechs Monate rauchfrei. Naja, das funktioniert. Der erzählt dir so von kleinen Monstern, die die ganze Zeit sagen, du musst rauchen, du musst rauchen. Ja, so ist es ja auch. Und dieses Monster pennt irgendwann ein. Ja. Du bist ja nie kein Raucher, du bist ja immer trockener Raucher. Meist, wenn du so ein Experte in was bist. So ist das. Und dann hast du, dann ist dieses, in dem Bild von LNK ist dann dieses kleine Monster und wenn du eine qualmst, dann macht er so die Augen auf und sagt, hallo. Und dann rennt er in deinem Gehirn rum und sagt, komm, noch eine, noch eine, noch eine. Komm, lecker, lecker, lecker. Ein Freund von mir hatte gerade 40. Geburtstag und weißt du, was er von seiner Mutter geschenkt gekriegt hat? Eingepackt mit Schleife drum. Tabletten gegen Sodbrennen. Gott. Naja, klar, ja. Es geht dann immer los, ja. Ja, da bin ich auch schuldig im Sinne der Anklage. Das Sodbrennen hat Einzug gehalten. Ist das so? Ja, total. Also wenn ich zu viel saure Getränke trinke, dann kriege ich Sodbrennen. Ja, ich auch. Und das passt ganz interessanterweise zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich an mir in der letzten Woche festgestellt, dass ich alt geworden bin. Alt geworden. Echt einfach alt geworden. Ich habe graue Haare und ich habe Fotos von vor ein paar Jahren gesehen und dachte, oi oi oi, du bist alt geworden. Ich habe das sogar gesehen. Da waren wir zusammen bei Late Night Berlin in der Maske. Genau. Und da stehen wir dann manchmal und quatschen. Ja. Und vor der letzten Sendung hat Jakob dann gesagt, guck mal hier, was ist denn da los? Ja. Und hat dann so eine kleine, also der Sky Diman befällt dich langsam, wie ein Schimmel. So eine graue, kannst du das sehen hier, Schmidi? Ja. Siehst du das? Ja. Ja. Hier und im Bad. Naja, überall, ja klar. Vielleicht werden wir alle nicht alt, ne? Haben wir schon über Corona gesprochen diese Woche? Oh, das, äh. Ist das gut, dass wir es ausgespart haben oder ist das naiv? Ich frage mich, wollen die Hörer unser Wissen über diese Pandemie? Nee, ich glaube Wissen nicht, aber ich kann dir sagen, es hat einiges geändert in der letzten Woche. Naja, klar. Könnt ihr noch lachen über Corona? Ja, schon, aber zusehend ergreift mich dann auch das, wie soll man sagen, ich persönlich könnte lachen, aber ich habe natürlich, bin empathisch mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie definitiv nicht mehr drüber lachen können. Und das wiederum gibt mir auch ein bisschen zu denken hier und da. Also das irgendwie, habe ich so das Gefühl, über bestimmte Aspekte daran gehört es sich nicht mehr so richtig zu lachen. Manchmal habe ich so eine Eindung. Naja, es ist schon so, dass natürlich sich viel dadurch ändert und dass viele Leute, die jetzt nicht so viel darüber wissen und man muss ja sein Wissen täglich aktualisieren, weil natürlich jeden Tag irgendwie was Neues kommt und so. Man muss also ganz, ganz viel lesen, damit man irgendwie so das Gefühl hat, man ist auf dem neuesten Stand oder auf einem Stand, der zumindest fürs eigene Leben dann auch nicht uninteressant ist. Und wenn man das nicht macht oder einfach mal ein paar Tage sich um was anderes kümmert und dann da so raus ist, dann kann einen diese Flut aus Informationen und neuen Entwicklungen schon manchmal ganz schön umhauen, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, wenn jetzt was Schlimmes wäre und das ist jetzt aber, das ist so ein verschwörungstheoretischer Ansatz, den ich, indem ich darüber spreche, mal ersticken möchte, weil ich nämlich glaube, dass das Quatsch ist. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein verschwörungstheoretischer Ansatz, der auch Leute erreicht, die eigentlich nicht für sowas empfänglich sind. Man hat so das Gefühl, wenn das jetzt was ganz, 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 ganz Schlimmes wäre, was würden die Regierungen machen? Die würden wahrscheinlich so tun, als wäre das gar nicht ganz so schlimm. Die würden wahrscheinlich viele Milliarden ausgeben, die würden das ganze gesellschaftliche Leben lahmlegen, aber würden immer so sagen, naja, da kommen wir schon irgendwie durch. Das schaffen wir schon. Alles in Ordnung. Angela Merkel kommt sogar mal aufs Podest. Wenn die mal persönlich was sagt, dann denkt man auch, also da muss jetzt schon einiges schiefgelaufen sein, damit die mal persönlich was sagt zu uns. Und auch da geht man besonnen vor, weil man natürlich nicht will, dass hier irgendwie alle verrückt spielen. Nicht noch verrückter, als sie müssen, weil sie darauf reagieren und so. Und ich glaube, ich glaube, dass vielen Leuten das so geht, dass die so darüber nachdenken. Ich glaube tatsächlich mit allem, was man weiß, dass man, dass man, dass man da jetzt einfach mitmachen muss. Und so ähnlich, wie das auch Jens Spahn gesagt hat, was ich eigentlich ganz gut fand, dass man jetzt so ein bisschen Einsparung macht am eigenen, persönlichen, sozialen Leben für andere, die eben nicht so leichtfertig mit sowas umgehen können, nämlich Risikogruppen, ältere Leute, Leute mit Vorerkrankungen, dass man für die jetzt gerade an seinem eigenen sozialen Leben ein bisschen spart und wir mehr oder weniger solidarisch uns alle ein bisschen beschränken, damit es denen besser geht. Das war jetzt sehr schön gesagt, aber ich habe irgendwie, bei mir hat sich alles gewandelt, dadurch, dass man so merkt, wie die ganze Wirtschaft im Grunde gerade zusammenbricht und was das für Ausmaße hat, wenn irgendwie alle Veranstaltungen über 1000 Leute, der Aktienmarkt weltweit völlig im Arsch, da denke ich mir so, egal, wenn es nicht wirklich schlimm wäre, dann würden die das, also dann würden die. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Also, und heute Nacht bin ich aufgewacht und habe gedacht, was ist, wenn die Leute im ***3 und im Big Brother Haus am Ende diese ganze Nummer überleben und alle anderen sind tot. Was ist das für eine Gesellschaft, ne? Stell dir mal vor, du kommst. So eine Anti-Arche Noah, ne? Die Arche Noah ist ja ja als kleiner Reminder, wie wir Medienpeople sagen, da sind so von allen Spezies auf Gottes Erden hat Noah da die besten Exemplare zusammengetrommelt, ne? Und das Big Brother Haus muss man jetzt ja nicht weit denken, um zu erfahren, dass da jetzt wohl, sagen wir mal, also Stephen Hawking sitzt da gerade nicht drin, ne? Ja, Menowin ist dabei. Naja, also das wäre, vor allem auch, wie die dann gucken, ne? Also wenn die praktisch der Will Smith sind, die es als Letzter dann noch irgendwie geschafft haben und dann durch die leeren Straßen mit großen Augen, mit leeren Straßen. Na, erstmal sind die enttäuscht, dass da gar nicht so Fans warten da in Köln-Mühlein mit so Pappschildern selbst gemalt. Ja, aber wenn Menowin Kanzler wird, ne? Dann ist er nicht mehr enttäuscht, ne? Ja, na klar. Aber er wird halt nur Kanzler, weil es nur noch zehn Leute gibt. Einer muss ja Kanzler sein. Der ist ein ***, der wird Gesundheitsminister. Kann man sich da überall hinsetzen im Bundeskanzleramt, kann so Bundeskanzler spielen am Originalplatz. Selfies machen. Selfies, aber ja, wem zeigen, wo posten. Ja, Mann, ey, dieses Corona-Scheiße, mir geht's langsam auf die Nervenmuster. Ich würde jetzt irgendwie, dass es aufhört und vorbei ist. Aber ja, man hofft natürlich immer, dass es jetzt irgendwie knallheiß wird und dass am Ende, sagen wir mal, ein Problem mit dem anderen erschlagen wird und dass der Klima wandelt und es jetzt den Virus kaputt brennt. Ich sag mal, Jakob hat mich die letzten Tage nur angebrüllt, weil ich die Desinfektionsflaschen falsch benutze. Ja, Schmitty, rampft es nicht, ey. Ich weiß, hab schon gesehen. Das hat dich auch sauer gemacht, klar, so muss ich zugeben. Ja, hab schon gesehen. Da sind diese Flaschen hier am Studio angebracht, wo du, dass jeder, der mal Emergency Room gesehen hat und weiß, wie Dr. Green sich die Flossen fertig macht. Der weiß, die Musik kommt, da, 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 da. Und dann gehst du so mit dem Ellenbogen auf den Hebel rauf, den langen und dann kommt da die Pampe raus. Aber aus irgendeinem Grund drückt Thomas hier mit der Zunge runter. Und man weiß gar nicht, warum. Ja, stimmt. Was ist das für eine Angewohnheit? Wisst ihr eigentlich, dass in diesem oder einem wahrscheinlich genau gleich aussehenden Raum morgen jemand ist, den zumindest ich sehr bewundere, nämlich der echte Mario Basler. Nein, stimmt. Warum? Der echte Mario Basler, der wird morgen, wird der in der Show sein, Spoiler, Klausi, der Mario Basler wird da sein. Ihr werdet gegen Mario Basler in einer nicht zu verratenden Disziplin antreten müssen. ProSieben hat den gebucht, hat den hierher verschifft und er wird da sein. Hat er was mit Rauchen zu tun? Es wird nicht Wettrauchen sein und ich glaube, mit Rotwein hat es nichts zu tun. Aber der echte Mario Basler wird hier sein. Oh, das ist ja ein Ding, der immer, ich habe immer das Gefühl, oder nicht das Gefühl, das ist so, dass ich immer noch einen offenen Streit habe mit Mario Basler. Das ist immer so, man geht auseinander und hat er sich gerade in der Sendung bekriegt und gestritten. Und dann sagt er dann in irgendwelchen Einspielen immer, wenn ich den das nächste Mal sehe, dann haue ich dem aufs Maul. Das sagt er immer so das, was überbleibt. Und immer, wenn ich ihn wieder sehe, denke ich, ah, wollt ihr mir nicht mehr auf den Maul hauen? So ein bisschen wie bei Uwe Ochsenknecht, wo ich immer denke, wollt ihr mir nicht mehr auf die Schnauze hauen? Er ist immer ein bisschen ruppig zu dir, der Mario. Ja, der ist sehr ruppig. Und ich vergesse dann auch immer, weil das ist ja, das ist dann so, so egal, irgendwie, weil man ja auch nicht mehr weiß, worüber man sich gestritten hat. Und ich vergesse dann eigentlich immer, was war denn eigentlich noch so? Ich habe immer nur so das dumpfe Gefühl, irgendwie steht da noch eine Ohrfeige aus. Na, ich werde mir jedenfalls schnappen. Ich will auf ihn treffen. Und dann? Und ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich mal... Ob der Leben tauscht? Nee, erstens, ob entweder direkt das Leben, aber dann habe ich wahrscheinlich auch da seinen Caleratiada-Boomster an der Backe, der nicht so gut läuft. Was ist das? Da ist irgendwie, da hat er so eine Mario-Barsler-Kneipe, das muss ich ihm morgen mal fragen. Das lief nicht alles ganz so glatt laut, laut Zeitungsberichten. Ist er Promi gut bei Deutschland? Nein, der ist doch da auf Mallorca, hat er irgendwie so eine Kneipe in Caleratiada, hat er aufgemacht, Mario-Barsler-Bistro oder so. Und das ist wohl jetzt alles nicht so ganz so top geendet. Das muss ich morgen mal fragen. Aber irgendwie will ich mal gucken, ob er selber erkennt, ob er gerade laut denkt oder ob ich ihn nachmache. Das ist meine Challenge. Das wäre gut. Das werde ich aufnehmen. Das mal rauszukriegen, wäre gut. Und ich finde aber auch, Schmitti muss auf ihn treffen, weil Mario Basler ist doch... Das weißt du natürlich gar nicht. Mario Basler hat ja lange für den 1. FC Kaiserslautern gespielt. Ja, den habe ich jahrelang zugeguckt. Ja, Schmitti ist ein richtig Fan gewesen. Ich war dabei, als er sich bei einer Ecke diesen bayerischen Hut aufgesetzt hat. Das musst du gesehen haben, Klaas. Und dann hat er so von einem Fan Walzenbier... Mit einem Walzenbier hat er in die Ecke geschossen. Da war ich dabei. Echt? Das ist irgendwie was Besonderes oder was? Ach, komm. Ich wurde übrigens, wenn ihr mal erzählt, was ihr so für Nachrichten bekommt, ich weiß jetzt alles über den Dietmar Hopsgadal. Oh ja, da haben wir hart daneben gelegen. Ja. Oh, da haben mich so viele Leute angeschrieben. Und zu mir sind Leute total nett gewesen, weil die haben mir ganz, ganz viel erklärt. Die haben mich richtig an die Hand genommen. Und auch Leute, die geschrieben haben, und nochmal vielen Dank an dieser Stelle, gesagt haben, ich habe noch nie irgendeinem Typen aus dem Fernsehen geschrieben. Aber mir war es hier mal ein Anliegen, weil du so nett gefragt hast, dir das mal zu erklären, was da eigentlich los ist und warum uns das alle so sehr ärgert. Und dann habe ich seitenlange Nachrichten bekommen, wo wirklich genau drinsteht und auch nachvollziehbar, auch für mich als jemand außerhalb des Systems, warum das jetzt ein Problem ist. Und das haben die mir richtig gut erklärt und so. Und dann möchte ich nochmal Danke sagen an alle. Ich bin ja jetzt einen Schritt weiter, weil mich interessiert das Spiel nicht und wer da gewinnt, ist mir auch egal und warum und bla bla bla. Aber dieses ganze Drumherum, das ist ja teilweise, hat das ja viel mit Menschen zu tun. Und insofern finde ich das interessant, das einfach mal mitzukriegen, wie da so eine Dynamik ist und warum dann einer auf einmal der ist und der ist dann der. Es ist fragwürdig, dass du dir einen Diskurs, zu dem es zwei Ansichten gibt, hast erklären lassen und jetzt der Ansicht bist, du hast den jetzt verstanden. Das ist wie jetzt, ob ich frage, wie war das nochmal mit dem Nahostkonflikt? Und dann sage ich, du, mir hat da einer ganz lieb bei Instagram geschrieben und das habe ich jetzt verstanden, was das Problem ist. Nein, 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 ich verstehe einfach beide Seiten. Also ich verstehe jetzt, worüber sich überhaupt gestritten wird und weshalb das für den einen so wichtig ist und für den anderen irgendwie auch. Ich glaube, du liegst auch falsch. Nämlich. Ich habe doch gar kein Urteil geführt. Nein, wir haben dir das ja erklärt mit Dietmar Hopp und dass die Traditionalisten gegen die neue Zeit des Fußballs wettern und so und ich wurde da korrekterweise berichtet, dass das längst nicht mehr up to date ist. Das Problem mit Dietmar Hopp und so wurde mir berichtet. Und mit der Familie. Nein, das interessiert alles keinen Schwanz. Im Großen und Ganzen wollte ich das Thema gar nicht nochmal so aufreißen, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass mich das total gefreut hat, dass Leute sich die Zeit genommen haben, weil ihr habt mir das so ein bisschen nicht so richtig so, also ich musste euch ganz schön treten, dass ihr mir das erklärt. Mir haben Leute lecker geschrieben. Ja, genau. Und um mich wurde sich gekümmert und wenn ihr nochmal merkt, dass ich zum Beispiel was falsch sage oder von irgendwas keine Ahnung habe, dann könnt ihr mir das immer gerne richtig schreiben, aber macht das bitte mit einem pädagogischen Grundton. Also sagt jetzt nicht, du Vollidiot, hast alles falsch gesagt, peinlich, peinlich, weil darauf reagiere ich so nicht so gut. Wir wissen, du musst gelobt werden. Ihr müsst sagen, das war schon super toll, aber hier gibt es noch eine kleine Ergänzung obendrauf. Optimierung. Und so Optimierung, so könnt ihr mir praktisch neues Wissen antragen da draußen und da freue ich mich dann auch darüber und ich merke mir das auch alles. Nur kritisiert mich nicht zu hart, weil darauf reagiere ich verschnupft und das Gegenteil passiert, dann blocke ich ab. In der letzten Folge Late Night Berlin von diese Woche Montag, also am Montag, da wurden ausgestrahlt die Kinderlieder von Rolf Zukowski, die geupdatet waren in die neue Zeit. Und da hast du eine Geschichte angepriesen, angekündigt, die du hier zu Ende erzählen musst, weil wir den Leuten gesagt haben, in dieser Podcast-Folge, da wird das restlos aufgeklärt. Es hat was mit einem Wohnwagen zu tun und mit Urin. Nee, nicht mit Urin, sondern mit einem Unfall. Hast du da reingepisst? Wie kommst du darauf? Ich habe es mir falsch gemerkt, oder? Ja, diesen Fakt Urin hast du komplett hineingefreest, Alter. Alles mit Urin ist erstmal witzig, aber es hat was mit dem Wohnwagen zu tun und dem Unfall. Naja, also ich war, ich bin gut befreundet mit einem Sohn vom besagten Rolf Zukowski, ist einer meiner sehr guten Freunde und da haben wir vor vielen, vielen Jahren haben wir uns dann das väterliche Wohnmobil ausgeliehen und sind dann mit nach Amsterdam gedüst. Mit Erlaubnis? Jaja, das schon mit Erlaubnis. Das Wohnmobil von Rolf Zukowski. Genau, sind wir nach Amsterdam gefahren. Klingt auch wie ein Song von ihm. Das Wohnmobil von Rolf Zukowski. Ja, und da sind wir dann da gewesen und das war sehr schön und natürlich meinen Freund gar nicht, aber ich habe vielleicht die eine oder andere Sportzigarette da geraucht und war so ein bisschen abgelenkt beim Einparken dann und ja, ist ja auch schon lange her. Naja, und da bin ich auf jeden Fall so ein Besitzer von so einem Lampengeschäft, bin ich irgendwie in sein Auto rein gedonnert und zwar richtig ordentlich so und dann, weißt du, wenn man schon, wenn man so unkonzentriert ist, dass man, man hört so ganz lange so ein Ratschgeräusch, so zwölf Sekunden, bis man immer merkt, oh, das, das verursache wohl ich. Und so hat sich das also so an der einen Seite einmal komplett durchgezogen, haben wir dann alles geklärt, war alles in Ordnung. Aber wie reagiert denn Rolf Zukowski darauf, wenn man seinen Autor… Sehr nett. Ja? Ja, war alles in Ordnung, weil wir sind jetzt nicht so super dicke und ich glaube, jetzt wird es ihm wieder einfallen, dass das mal kaputt war. Ansonsten bin ich da nicht so, ich bin jetzt nicht so integriert in die Familie, so gut kennen wir uns nicht, aber ich fand, damals hat er sehr gut reagiert und ich meine, wenn er nicht pädagogisch reagiert und sagt, ja, Leute, komm, kann mal passieren, ich meine, wer dann? Liebe Grüße. Ja, alles Gute, alles Liebe. Nein, natürlich ist der genauso nett wie in seinen Liedern, sonst hätte er auch nicht so tolle Kinder, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Ich finde den super und alle anderen auch und ja, wenn ihr mal ein Auto von ihm seht, haut drauf, ist ihm egal. Sag mal, Klausi, neulich laufen wir so da diesen fiesen Flur da im Adlershof lang, beim LMB-Stuhl, da sagst du, ey, du schreib mal auf hier in diese Notiz, André Toppitz oder sowas. Und dann sag ich so, hä, was für ein André Toppitz, kenn ich doch gar nicht. Ja, komm, ich hab jetzt gerade mein Handy nicht dabei, das will ich so gerne mal im Podcast erzählen, schreib mal André Toppitz. Nein, 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 das hatte, naja, Moment, Moment. Was hat das denn jetzt mit Rolf Zukowski zu tun? Sind die verwandt? Ah, nee, ich hab das ja aufgebracht. Den weint sich auch nicht. Ich dachte, ich bring doch mal was rein. Du hast, der Chef sagt, hier, schreib André Toppitz auf. Sag ich, du hast ja nicht mit André Toppitz. Ja, naja, also ich weiß jetzt auch nicht mehr, zu welchem Punkt. Ich glaube, es gab mal irgendeine Geschichte, wo das gepasst hätte, dass ich das noch erzähle. Und jetzt nicht, oder wie? Nee, also ich weiß jetzt, welche Geschichte du meinst, aber ich müsste jetzt wirklich also hart einen Bogen konstruieren, um die noch, also ich müsste die einfach, die hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir so bislang besprochen haben heute hier. Ich könnte sie trotzdem erzählen. Sie ist halt nur so eine kleine Marke in meiner Kindheit, so eine Sache, die mich hat aufschrecken lassen, weil ich sowas bis dato noch nicht erlebt hatte. Und ich glaube, es ging irgendwie um das Verhältnis von so Eltern, von Freunden oder so. Irgendwie über sowas haben wir ja mal geredet, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall, es gab auf jeden Fall diese Story, dass ich bei diesem Typen zu Hause war, mit acht, neun, also relativ klein noch und bei dem geschlafen habe und da saßen wir abends mit der ganzen Familie beim Essen. Und da hat der Vater von dem, hat da einen denkwürdigen Satz gesagt, der mir manchmal wie eine Art Ohrwurm immer noch wieder in den Kopf kommt. So in so Situationen, wo ich denke, was hat dieser Satz denn jetzt in meinem Kopf verloren? Der bringt mich doch jetzt überhaupt nicht weiter. Warum denke ich diesen Satz? Weil der sich so verfangen hat, weil ich offenbar mich so erschrocken hat, als er den damals gesagt hat. Stell dir mal vor, du sitzt in so einem, als Junge bei Eltern, die du nicht so gut kennst und die essen alle und es ist so ein bisschen schweigende Stimmung da. Und dann sagt der Vater auf einmal den Satz völlig aus dem Nichts, während die Mutter da auch sitzt und die Kinder, die Nase muss mit einem hörbaren Klick in das Arschloch einrasten. Was? Also ich finde, diese Geschichte passt schon in eine Folge, in der es lange ums ****** 3 ging. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der das gesagt hat. Da war nur noch so ein Geräusch, hat man gehört, ich nehme jetzt hier einen Flaschenöffner, aber es war natürlich eine Gabel. Weil die Mutter das auch nicht fassen konnte, dass der das gesagt hat. Und dann hat er uns Kinder so eingeguckt, als hätte er gerade einen versauten Witz erzählt. Aber wir waren völlig geschockt und ich habe den so mit großen Augen angeguckt und dachte, was? Und manchmal in so Situationen spült dieser Satz, der wahrscheinlich damals in meinem Kopf, in meinem Kinderkopf, war dieser Satz drin und der konnte in keine Schublade, weil ich dafür noch keinen Schrank hatte in meinem kleinen Kindergehirn. Also wo sollte ich den einsortieren? Das heißt, der blieb unsortiert irgendwie einfach so rum, ist der so rumgeflogen in meinem Gehirn und der ist bis heute nirgendwo weggespeichert, sondern der fliegt da immer noch wie so eine loose cannon in meinem Gehirn rum und manchmal schwappt er nach vorne. Und dann stehe ich irgendwo. Meinst du, der taugt für ein T-Shirt? Nee. Ich weiß nicht, was ich mit dem Satz machen soll, deswegen sage ich den jetzt mal, wenn ich den jetzt einmal hier gesagt habe, vielleicht ist er dann weg oder so. Aber der ist so richtig wie so eine alte Seele, die noch durch so ein Haus spürt. Ich glaube, ich habe den jetzt auch. Und was Unerledigtes noch hat. Es kam völlig aus dem Nichts. Die Nase muss mit einem hörbaren Klick in das Arschloch einrasten. Und warum auch immer hat der das gesagt. Das hat den geritten. Das hat den geritten. Woher kam das? Und die Mutter hat ihn angeguckt und hat gesagt, das hast du nicht gesagt. Und André, war das auch ganz peinlich und ich habe gar nichts mehr gesagt. Das ist auch so eine Geschichte, die macht man dann nicht mal, wenn du dann sagst, und wie war es bei André? Nee, wenn meine Mutter gefragt hat, dann hätte ich natürlich nicht gesagt, ja nee, war ganz gut. Also wir haben irgendwie abends Kassette gehört und nachmittags haben wir draußen im Garten gespielt. Und abends hat der Vater dann gesagt, dass die Nase mit einem hörbaren Klick ins Arschloch einrasten muss. Das erzählt man ja nicht. Hast du einfach nur gesagt, gut. Und da hast du dich dran erinnert, als du mit Jakob durch Adlershof gelaufen bist? Wie gesagt. Ja, ich glaube, es ging um Dad-Jokes. Es ging um Dad-Jokes. Sprüche, die so Väter, so immer wieder. Er hat auch so einen Kumpel, der hat dann so gesagt zum Beispiel, so harmloses Zeug, der hat dann gesagt, thank you very much, English land is Quatsch. Und hat es dann so angeguckt und wir haben schon als sechs Jahre gedacht, ja funny ey. Also weißt du, so richtige Dad-Jokes, die einfach nicht lustig sind. Und irgendwie kam ich da. Und wie gesagt, dieser Satz, der wird mir wie so Strandgut, wird der mir immer wieder so an den Strand des Lebens gespült. Und dann denke ich diesen Satz und denke, oh, dieser Satz schon wieder. Warum ist der schon wieder da? Ey, und dann ist mir noch was anderes eingefallen. Jetzt gerade, wo ich an den Flur denke und an unsere Aufzeichnung denke. Ich habe letztens einen Witz gemacht im Stand-up. Da ging es irgendwie darum, Desinfektionsmittel ist so teuer und so. Und selbst so eine kleine Flasche kostet ganz viel. Aber dabei muss man ja drei Liter davon trinken, soll man, sagen einem die Leute. Und so, das war so ein Witz. Alle haben gelacht, bla bla bla. Und da fiel mir auf, dieser Witz ist gar nicht so weit hergeholt. Denn du und ich, Schmidt, wir haben schon mal Desinfektionsmittel getrunken. Ihr habt was? Und relativ viel sogar. Oh fuck, ja. Du erinnerst dich, weißt du, was ich meine? In Bolivien. In Bolivien gibt es diese Mine in Potosí. Das ist so ein sehr hochgelegen, auf 4.000 Meter hochgelegene Mine. Früher wurde da Gold und Silber rausgeholt. Mittlerweile noch irgendwelche anderen Mineralien, die natürlich nicht mehr ganz so wertvoll sind. Aber dieses Ding ist, seit 500 Jahren wird das durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und wir waren da drin und haben dann da rumgesprengt und sollten da irgendwas rausholen. Silber oder... Ja, Silber. Was man da macht? Man sprengt da in den Berg hoch. Es gibt noch Silber da, relativ wenig, aber man kann da reingehen und da rumsprengen. Wenn man viel Glück hat, findet man Silber. Ja. Und die ganzen Leute, die da sind, die haben genau zwei Sachen, die sie so machen, damit der Laden läuft. Und das ist A, ich glaube 98%igen Alkohol trinken. Also so... Was? Ja. Ey, Strom hat glaube ich 74%. Genau. Und da denkst du schon, dir platzt die Leber. Ja, genau. Du trinkst da natürlich nicht ein ganzes Glas von, sondern das ist kleine Mini-Mini-Mini-Mini-Schlüppchen. Wie eine Kappe. So eine Kappe von... Von der Flasche. Von der Flasche. Also eher so ein Fingerhut praktisch. Genau. Und währenddessen halt Coca-Blätter essen. Man muss sagen, Potosí, ja. Also es ist eine Bergbaustätte, aber ganz, ganz hochgelegen. Und es ist der einzige Ort der Welt, in dem man legal im Laden Sprengstoff kaufen kann. Weil es für die so zum Alltag gehört, dass sie in diesen Berg reingehen, der dort ist und alles kaputt sprengen auf der Suche nach Silber, dass die gesagt haben, komm, das bringt jetzt nichts mehr, da Ausweis zu verlangen und so. Und es ist so ein bisschen wilder Westen und Desperados, die da so angeschwemmt werden aus ganz Südamerika. Und da hat sie gesagt, komm, ey, wenn jemand da nach Sprengstoff fragt, dann kriegt er die. Und da ist auch Klaas in den Laden reingegangen und hat irgendwie Zündschnüre, Sprengstoff und ich glaube drei Fanta, ne? Ich habe eine Fanta und acht Stangen Dynamit gekauft, ja. Das war alles im selben Geschäft erhältlich. Und da merkt man, das ist jetzt eher ein bisschen rau dort und deswegen trinken die, also die haben dann halt hochprozentig... Irgendwie, aber wie wirkt das? Also was passiert da mit dem Körper? Das schmeckt nicht gut. Also äckst man das? Ja. Und genießt man den? Naja, das verdampft fast sofort so ein bisschen auf der Zunge, also das ist sofort weg. Und das Ding ist, was ich am kuriosesten fand, wir waren dann abends essen und da waren dann dieselben Flaschen, die dann wir tagsüber gesehen hatten, die Leute zum Trinken hatten. Und zwar alle, ne? Also jetzt nicht einzelne, sondern wurde uns auch gegeben und so weiter, ne? Und dann haben die dieselben Flaschen, wo die dann einfach so einen Sprühknopf draufdrehen und dann putzen die die Fenster. Mit genau demselben Zeug. Sehr unglaublich. Einfach das ist so ein Schlückchen nehmen, hinstellen, Sprühknopf ein. Und wie fühlt man sich danach am nächsten Morgen? Ein bisschen... War da nicht ein Todeskater, ey? Das kann man eh nicht so absehen, weil das ist ja, wie gesagt, sehr hoch. Also bei 4000 Metern fängt diese Stadt an, aber das war, ich glaube das Höchste war 4,8 auf dem wir waren. Und da ist man, muss man sich auch vorher akklimatisieren, da waren wir irgendwie 3, 4 Tage auf 3000 Meter erstmal und sind dann mit dem Auto hochgefahren, alles ganz langsam und da überhaupt hinzukommen. Und du hast permanent das Gefühl, du hast hart Fieber und du überlegst dir aufgrund der Höhe schon, die Schnürsenkel sind offen. Machst du das jetzt? Beugst du dich da runter? Du bist so schlapp und du hast permanent Kopfweh und ich glaube zwei Drittel unseres Teams hatten auch nachts Panik, weil sie Atemnot hatten und irgendwie kein Luft mehr gekriegt haben und so weiter. Und deswegen alles, was es dort gibt, was irgendwie scheiße ist, nämlich das fängt bei Coca-Blättern an und hört bei dem Spiritus da auf, den man sich reinkippt, heißt es immer, ja ist gut gegen die Höhe. Die leben halt an einem Ort, an dem Menschen schon eigentlich nicht mehr leben sollten. Und wie, was machen wir mit den Coca-Blättern? Die frisst man, oder? Oh, das ist toll. Das ist toll. Da waren wir auf dem Markt und dann sind da wirklich so, wie man es auch von Narcos kennt, Säcke voller Coca-Blätter. Und dann nimmt man die und dann stopft man die sich in den Mund, so in die Backen und verformt die zu so einem Klumpen und dann wirst du so ein bisschen das deren Red Bull. Und wie schmecken die? Säuerlich, nee bitter. Ja, ein bisschen bitter, aber jetzt haben wir nicht so einen krassen Eigengeschmack. Also sind bitter, aber ja. Und es ist genau, da ist man so ein bisschen gut drauf. Das hatten wir permanent. Permanent. Wie Kautabak hat das jeder in den Backen gehabt und alle so mit so Hamsterbacken. Aber bei ihm, das ist ja, muss man ja auch sagen, also wenn ich hier als Spielsüchtiger geoutet werde, muss man sagen, also die Coca-Blätter, so ganz easy hat er sich die dann auch nicht wegnehmen lassen. Vor der nächsten Reiseetappe dann. Ich bin kulturell interessiert. Und wenn das deren Ding da ist, dann mach ich damit. Das ist wie, das hat man ja manchmal bei Kindern, wenn man so merkt, die haben sich da irgendwas in den Mund gesteckt und dann denkt man, man weiß nicht, was es war und das man dann mit dem Finger so nachpopelt und dann feststellt, war nur ein Keks. Aber so habe ich ihm teilweise die Blätter aus der Backe geholt. Kommt heute teilweise noch was raus. Ja, ich habe wirklich dann irgendwann einfach kurz einen Prozess gemacht und habe einfach sie selber mit dem Finger aus seinem Mund rausgeholt und habe gesagt, jetzt reicht das jetzt, spuckst du das hier aus, Kollege. Weißt du, das ist halt krass, du darfst mit diesen Blättern alleine, darfst du schon nicht über die Grenze. Also das war, ich habe so oft meinen Rucksack danach ausgeräumt. Wir mussten danach in die USA und wir hatten Sprengstoff an den Fingern, weil wir damals Sprengstoff waren. Ach du Scheiße, ja. Wir waren in einer Höhle, also in diesem Tunnel drin und da gab es Explosionen, das heißt du hast auch diesen Staub und die Kameras alles voll mit irgendwelchen Schwarzpulverresten und so war zumindest zu befürchten und dann ging die nächste Etappe in die USA. Und er hatte hier so eine Anglerweste voller Coca-Blätter, in jeder Tasche war noch eins zu finden. Ja und ich habe so oft meinen Rucksack durchsucht und ich hatte niemals so viel Angst in ein Land einzureißen, wie nach Bolivien, wo du wirklich Dreck am Stecken hast. Und da haben wir da rumgesprengt, die TNTs rumgeschmissen. Ja und in den USA, da willst du auch nicht, ich glaube, also da ist es nochmal anders. In Indien wissen sie dann auch irgendwann nicht mehr, was du noch mit dem machen soll und dann lassen sie dich halt wieder frei. Aber in den USA, ich weiß nicht, hier Harvey Weinstein übrigens, 23 Jahre weg, 23 Jahre und auch in so einem Ding, was du ja auch nochmal gesagt hast, was noch klingt wie in so einem Film. Wie heißt das Gefängnis noch? Rikers Island. Rikers Island. Rikers Island. Wie aus dem Stephen King Roman. Das klingt schon so richtig scheiße, man hat so richtig das Gefühl, da sitzt du dann hinter so uralten Gitterstäben, der Mond versinkt so hinten irgendwie so im Meer, weil das natürlich auf der Insel ist, das Wasser tropft so und nebenan haut einer so eine Eisentasse an die Stäbe und sagt, begrüßt den Neuen. Krieg ich noch ein Porridge? Ah ne, das sagen die dann gar nicht. Das halte ich nicht. Die Raben quasi. Habt ihr Mitleid? Ne, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, kein bisschen. Nein, natürlich nicht. Also ich könnte jetzt noch so ein Geschwafel anbieten zum Strafrecht in den USA und in Deutschland und Golgen der Brücke zurück ins Leben, Resozialisierung, aber lache ich jetzt. Das sind, genau, das sind alles so Sachen, die man vielleicht nicht an diesem Beispiel Da kauft man sich die Süddeutsche und nicht Baywatch Berlin, ne? Ne, das kann man ja alles machen, aber ich finde, dass das jetzt an diesem Beispiel nicht unbedingt, das ist jetzt nicht die beste Ausgangslage, um darüber anfangen zu fabulieren. Aber ich fand es so krass, was du mir vorhin erzählt hast, was du gelesen hast über Jennifer Aniston. Ja. Ich finde, das sagt so viel über den Typ. Stimmt, das musst du nochmal anbieten. Ja, der halt gesagt hat, also ich meine, man kennt ja die ganzen großen Vorwürfe, für die er zu Recht auch da verknackt wurde, wer das verfolgt hat. Genau, das ist nur ein kleines Detail. Das ist ein kleines Detail, was aber manchmal Aufschluss gibt über den grundsätzlichen Habitus eines Menschen, wie er sich anderen Leuten gegenüber verhält und von dieser kleinen Sache kann man dann vielleicht so ein bisschen ableiten, wie diese verurteilten, faktisch mittlerweile bewiesenen Sachen vielleicht auch abgelaufen sein müssen. Man kennt ja auch diese Aufnahmen und so weiter. Da war es dann so, dass dann auch, ja, ich glaube in dem Fall Jennifer Aniston saß an dem Tisch und ihr Lebensgefährte saß mit am Tisch bei irgendeiner Veranstaltung, so beim Essen und der kam dann dahin und sagte einfach nur, steh auf. Und dann ist der Lebensgefährte aufgestanden und dann hat er sich auf diesen Stuhl gesetzt. Der hatte sich zu verpissen. Der musste sich verpissen, weil ansonsten hat er halt die Machtmuskeln spielen lassen. Und dafür gesorgt, dass alle beteiligten Schauspieler an dem Tisch eine harte Zeit haben werden. Und die Möglichkeiten hatte er ja. Du musst ja, der wurde so in den Himmel, also der war so Gott in Hollywood, dass der wirklich jedes Maß verloren hat. Also ich glaube, der hat wirklich komplett verloren, also alles vergessen. Der hatte wahrscheinlich nie ein Maß und er hatte die Gelegenheit, diese Maßlosigkeit, die er wahrscheinlich schon immer hatte, auszuleben durch komplette Unabhängigkeit und völlig ja Macht, die er einsetzen konnte. Jetzt kann er auch was ausleben, auf Rikers Island, glaube ich. So ist es, genau. Da wird der Rollate so ganz schön rubbeln, so über die ganzen Kanten. Der wird ja nicht ganz so easy durchrollen. Ja, ich glaube auch, der recht überraschend braucht er das erstmal nicht mehr. Ja. Also nächste Woche gibt es am Montag wieder Late Night Berlin. 23.10 Uhr auf ProSieben. So sieht es aus und ich freue mich sehr, ein guter Freund von mir, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne und einer der ersten, weil ich überhaupt in diesem ganzen Metier, als ich so ganz früh neu war bei Viva, habe ich den kennengelernt. Im Show-Metier. Im Show-Metier. Und das ist Sascha. Mein guter Freund Sascha, auf den ich mich immer sehr freue, der kommt. Nachnamen auch Sascha. Ja, Sascha Schmitz, weiß man ja wohl. Und der kommt und da werden wir, da haben wir was Gutes vorbereitet, freue ich mich schon drauf und das passiert dann. Und Stephanie Heinzmann kommt, nämlich alle, die bei Mars Singer enttarnt werden, die sind dann auch bei Late Night Berlin zu Gast und können nochmal so ein bisschen was sagen. Also ich meine, es interessiert eine Menge Leute. Wir werden da richtig auf den Zahn fühlen. Vielleicht hat die was mitgekriegt Backstage. Richtig, was hat die mitgekriegt, kann man vielleicht schon eintachten, also kann man schon nach der ersten Sendung Leute outen, die da vielleicht irgendwo da unter dem Wischmob sind. Das wäre gut, so richtig prosieben in die Parade fahren, das steht uns gut bei LNB. Deswegen, wir werden jetzt einfach einen schwachen Moment bei Stephanie Heinzmann nutzen und gemäß unserem Uncut-Prinzip natürlich alles ausstrahlen, was sie ausplaudert und dann Mars Singer jetzt vor der zweiten Show kaputt machen. Und es gibt einen atemberaubenden Test. Klaas Höfer Umlauf hat ausprobiert, wie man zu Veranstaltungen reinkommt, wenn man keine Eintrittskarte besitzt. Das war wirklich kurios. Und wir waren unter anderem am Zoo, kann man sagen, und hier an einer großen Veranstaltungshalle. Genau. Und da haben wir kuriose Möglichkeiten ausgetestet, damit ihr vielleicht in Zukunft sagt, Mensch, vielleicht ist das der bessere Weg, als ihr schnöde in eine Eintrittskarte kriegt. Klaas, Mercedes-Benz Arena, Gloria, schon ausverkauft, ich will immer noch rein, wie komme ich da noch rein, wie kann ich mich da reinspucken, die Tipps gibt es da. Und da haben wir uns da vorgestellt und dann getestet, 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 alles nur für euch. All sowas, ja, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren, das ist Jakob immer ein großes Anliegen. Das ist mir sehr wichtig, abonniert uns bei Podcast-App hier, ne? Heißt ja, Podcast-App hier von iTunes auf dem iPhone. Das ist so eine App, ne? Ja. Cool, konstig, ist doch genau. Da kann man es aber auch bei Spotify abonnieren, ne? Ja, wo man will halt. Weil man kann es einfach abonnieren. Das haben die Leute schon begriffen, Jakob. Man kann es aber nicht als Zeitung abonnieren, das geht nicht. Wenn ihr kein Abonnement macht, kommt irgendwann eine Drückerkolonne, die steht bei euch vor der Haustür und dann könnt ihr sagen, habe ich schon. Also, macht's gut, tschüss, das war Baywatch Berlin. Ich hab dich lieb. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.